Theodor Mommsen, das griechische Europa, das römische Imperium der Cäsaren. Mit der allgemeinen geistigen Entwicklung der Hellenen hatte die politische ihrer Republiken sich nicht im Gleichgewicht gehalten oder vielmehr die Überschwänglichkeit jener hatte, wie die allzu volle Blüte den Kelch sprengt, keinem einzelnen Gemeinwesen verstattet, diejenige Ausdehnung und Stetigkeit zu gewinnen, welche für die staatliche Ausgestaltung vorbedingend ist. Die Kleinstaaterei der einzelnen Städte oder Städtebünde musste in sich verkümmern oder den Barbaren verfallen, nur der Panhellenismus verbürgte, wie den Fortbestand der Nation, so ihre Weiterentwicklung gegenüber den stammfremden Umwohnern. Er ward verwirklicht durch den Vertrag, den König Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders in Korinth, mit den Staaten von Hellas abschloss. Es war dies dem Namen nach ein Bundesvertrag, in der Tat die Unterwerfung der Republiken unter die Monarchie, aber eine Unterwerfung, welche nur dem Ausland gegenüber sich vollzog, indem die unumschränkte Feldherrschaft gegen den Nationalfeind von fast allen Städten des griechischen Festlandes den makedonischen Feldherren übertragen, sonst ihnen die Freiheit und die Autonomie gelassen ward und es war, wie die Verhältnisse lagen, dies die einzig mögliche Realisierung des Panhellenismus und die im Wesentlichen für die Zukunft Griechenlands maßgebende Farm. Philipp und Alexander gegenüber hat sie Bestand gehabt, wenn auch die hellenischen Idealisten wie immer das realisierte Ideal als solches anzuerkennen sich sträubten. Als dann Alexanders Reich zerfiel, war es wie mit dem Panhellenismus selbst, so auch mit der Einigung der griechischen Städte unter der monarchischen Vormacht vorbei und rieben diese in Jahrhunderten, ziellosen Ringens, ihre letzte geistige und materielle Macht auf, hin- und hergezogen zwischen der wechselnden Herrschaft der übermächtigen Monarchien und vergeblichen Versuchen, unter dem Schutz des Haders derselben, den alten Partikularismus zu restaurieren. Als dann die mächtige Republik des Westens in den bisher einigermaßen gleichgewogenen Kampf der Monarchien des Ostens eintrat und bald sich mächtiger als jeder der dort miteinander ringenden griechischen Staaten erwies, erneuerte sich mit der festen Vormachtstellung auch die panhellenische Politik. Hellenen im vollen Sinn des Wortes waren weder die Makedonier noch die Römer. Es ist nun einmal der tragische Zug der griechischen Entwicklung, dass das attische Seereich mehr eine Hoffnung als eine Wirklichkeit war und das Einigungswerk nicht aus dem eigenen Schoß der Nation hat hervorgehen dürfen. Wenn in nationaler Hinsicht die Makedonier den Griechen näher standen als die Römer, so war das Gemeinwesen Roms, den Hellenischen, politisch bei Weitem mehr Wahlverwandt als das makedonische Erbkönigtum. Was aber die Hauptsache ist, die Anziehungskraft des griechischen Wesens ward von den römischen Bürgern wahrscheinlich nachhaltiger und tiefer empfunden als von den Staatsmännern Makedoniens, eben weil jene ihm ferne standen als diese. Das Begehren, sich wenigstens innerlich zu hellenisieren, der Sitte und der Bildung, der Kunst und der Wissenschaft von Hellers teilhaftig zu werden, auf den Spuren des großen Makedoniers Schild und Schwert der Griechen des Ostens sein und diesen Osten nicht italisch, sondern hellenisch weiter zivilisieren zu dürfen, dieses Verlangen durchdringt die späteren Jahrhunderte der römischen Republik und die bessere Kaiserzeit mit einer Macht und einer Idealität, welche fast nicht minder tragisch ist als jenes nicht zum Ziel gelangende politische Mühen der Hellenen. Denn auf beiden Seiten wird Unmögliches erstrebt. Dem hellenischen Panhellenismus ist die Dauer versagt und dem römischen Hellenismus der Folge halt. Indes hat er darum nicht weniger die Politik der römischen Republik wie die der Kaiser wesentlich bestimmt. Wie sehr auch die Griechen, namentlich im letzten Jahrhundert der Republik, den Römern es bewiesen, dass ihre Liebesmühe eine verlorene war, es hat dies weder an der Mühe noch an der Liebe etwas geändert. Die Griechen Europas waren von der römischen Republik zu einer einzigen nach dem Hauptlande Makedonien benannten Stadthalterschaft zusammengefasst worden. Wenn diese mit dem Beginn der Kaiserzeit administrativ aufgelöst ward, so wurde damals gleichzeitig dem gesamten griechischen Namen eine religiöse Gemeinschaft verliehen, die sich Anschluss an die Alte des Gottesfriedens wegen eingeführte und dann zu politischen Zwecken missbrauchte delphische Amphiktionie. Unter der römischen Republik war dieselbe im Wesentlichen auf die ursprünglichen Grundlagen zurückgeführt worden. Makedonien sowie Ätholien, die sich beide usurpatorisch eingedrängt hatten, wurden wieder ausgeschieden und die Amphiktionie umfasste abermals nicht alle, aber die meisten Völkerschaften Thessaliens und des eigentlichen Griechenlands. Augustus veranlasste die Erstreckung des Bundes auf Epirus und Makedonien, und machte ihn dadurch im Wesentlichen zum Vertreter des hellenischen Landes, in dem weiteren dieser Epoche allein angemessenen Sinne. Eine bevorzugte Stellung nahmen in diesem Verein neben dem altheiligen Delphi die beiden Städte Athen und Nikopolis ein, jene die Kapitale des Alten, diese nach Augustus Absicht, die des neuen kaiserlichen Hellenentums. Diese neue Amphiktionie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Landesversammlung der drei Gallien. In ähnlicher Weise wie für diese der Kaiseraltar bei Lyon war der Tempel des phytischen Apollon der religiöse Mittelpunkt der griechischen Provinzen. Indes während jenem daneben eine geradezu politische Wirksamkeit zugestanden hat, so besorgten die Amphiktionen dieser Epoche außer der eigentlich religiösen Feier lediglich die Verwaltung des delphischen Heiligtums und seiner immer noch beträchtlichen Einkünfte. Wenn ihr Vorsteher sich in späterer Zeit die Helladachie zuschreibt, so ist diese Herrschaft über Griechenland lediglich ein idealer Begriff. Immer aber bleibt die offizielle Konservierung der griechischen Nationalität ein Kennzeichen der Haltung, welche das neue Kaisertum gegen dieselbe einnimmt und seines den republikanischen weit überbietenden Philhellenismus. Hand in Hand mit der sakralen Einigung der europäischen Griechen ging die administrative Auflösung der griechisch-makedonischen Stadthalterschaft der Republik. An der Teilung der Reichsverwaltung unter Kaiser und Senat hing sie nicht, da dieses gesamte Gebiet und nicht minder die vorliegenden Donaulandschaften bei der ursprünglichen Teilung dem Senat zugewiesen wurden, ebenso wenig haben militärische Rücksichten hier eingegriffen, da die ganze Halbinsel bis hinauf zur tragischen Grenze als gedeckt, teils durch diese Landschaft, teils durch die Besatzungen an der Donau, immer dem befriedeten Binnenlande zugerechnet worden ist. Wenn der Peloponnes und das attisch-böotische Festland damals seinen eigenen Prokonsul erhielt und von Makedonien getrennt ward, was wohl schon Cäsar beabsichtigt haben mag, so war dabei, neben der allgemeinen Tendenz, die senatorischen Stadthalterschaften nicht zu groß zu nehmen, vermutlich die Rücksicht maßgebend, das rein hellenische Gebiet von dem halb hellenischen zu scheiden. Die Grenze der Provinz Achaia war anfänglich der Öter und auch nachdem die Ätholer später dazugelegt wurden, ist sie nicht hinausgegangen über den Achillos und die Thermophylen. Diese Ordnungen betraf die Landschaft im Ganzen. Wir wenden uns zu der Stellung, welche den einzelnen Stadtgemeinden unter der römischen Herrschaft gegeben ward. Die ursprüngliche Absicht der Römer, die Gesamtheit der griechischen Stadtgemeinden in ähnlicher Weise an das eigene Gemeinwesen anzuschließen, wie dies mit den italischen Geschehen war, hatte infolge des Widerstandes, auf den diese Einrichtungen trafen, insbesondere infolge der Auflehnung des Archäischen Bundes im Jahre 608 und des Abfalls der meisten Griechenstädte zu König Mithradates im Jahre 666 wesentliche Einschränkungen erfahren. Die Städtebünde, das Fundament aller Machtentwicklung in Hellas wie in Italien und von den Römern anfänglich akzeptiert, waren sämtlich, namentlich der wichtigste der Peloponnesier oder, wie er sich nannte, der Achäer aufgelöst und die einzelnen Städte angehalten wurden, ihr Gemeinwesen für sich zu ordnen. Es wurden ferner für die einzelnen Gemeindeverfassungen von der Vormacht gewisse allgemeine Normen aufgestellt und nach diesem Schema dieselben in antidemokratischer Tendenz reorganisiert. Nur innerhalb dieser Schranken blieb der einzelnen Gemeinde die Autonomie und die eigene Magistratur. Es blieben ihr auch die eigenen Gerichte, aber daneben stand der Grieche von Rechtswegen unter den Ruten und Beilen des Prätors und wenigstens konnte wegen eines jeden Vergehens, das als Auflehnung gegen die Vormacht sich betrachten dies, von den römischen Beamten auf Geldbuße oder Ausweisung oder auch Lebensstrafe erkannt werden. Die Gemeinden besteuerten sich selbst, aber sie hatten durchgängig eine bestimmte, im Ganzen wie es scheint, nicht hochgegriffene Summe nach Rom zu entrichten. Besatzungen wurden nicht so, wie einst in makedonischer Zeit, in die Städte gelegt, da die in Makedonien stehenden Truppen nötigenfalls in der Lage waren, auch in Griechenland einzuschreiten. Aber schwerer als die Zerstörung Thebens auf dem Andenken Alexanders lastet auf der römischen Aristokratie die Schleifung Korinths. Die übrigen Maßregeln, wie gehässig und erbitternd sie auch teilweise waren, namentlich von der Fremdherrschaft oktroyiert, mochten im Ganzen genommen unvermeidlich sein und vielfach heilsam wirken, sie waren die unvermeidliche Palinudie der ursprünglichen zum Teil recht unpolitischen römischen Politik des Verzeihens und Verziehens gegenüber den Hellenen. Aber in der Behandlung Korinths hatte sich der kaufmännische Egoismus in unheimlicher Weise mächtiger erwiesen als alles viel Hellenentum. Bei allem dem war der Grundgedanke der römischen Politik, die griechischen Städte dem italischen Städtebund anzugliedern, nie vergessen werden. Gleich wie Alexander niemals Griechenland hat beherrschen wollen wie Illyrien und Ägypten, so haben auch seine römischen Nachfolger das Untertanenverhältnis nie vollständig auf Griechenland angewandt und schon in republikanischer Zeit von dem strengen Recht des den Römern aufgezwungenen Krieges wesentlich nachgelassen. Insbesondere geschah dies gegenüber Athen. Keine griechische Stadt hat vom Standpunkt der römischen Politik aus so schwer gegen Rom gefehlt wie diese. Ihr Verhalten im mithradatischen Kriege hätte bei jedem anderen Gemeinwesen unvermeidlich die Schleifung herbeigeführt. Aber vom philhellenischen Standpunkt aus freilich war Athen das Meisterstück der Welt und es knüpften sich an dasselbe für die vornehme Welt des Auslandes ähnliche Neigungen und Erinnerungen wie für unsere gebildeten Kaiser am Pfarrter und an Bonn. Dies überwog damals wie früher. Athen hat nie unter den Beilen des römischen Stadthalters gestanden und niemals nach Rom gesteuert, hat immer mit Rom beschworenes Bündnis gehabt und nur außerordentlicher oder wenigstens der Form nach freiwilligerweise den Römern Beihilfe gewährt. Die Kapitulation nach der solanischen Belagerung führte wohl eine Änderung der Gemeindeverfassung herbei, aber das Bündnis ward erneuert, ja sogar alle auswärtigen Besitzungen zurückgegeben, selbst die Insel Delos, welche als Athen zu Mithradates übertrat, sich losgemacht und als selbstständiges Gemeinwesen konstituiert hatte und zur Strafe für ihre Treue gegen Rom von der pontischen Flotte ausgeraubt und zerstört worden war. Mit ähnlicher Rücksicht und wohl auch zum guten Teil seines großen Namens wegen ist Sparta behandelt worden. Auch einige andere Städte der später zu nennenden befreiten Gemeinden hatte diese Stellung bereits unter der Republik. Wohl kamen der gleichen Ausnahmen in jeder römischen Provinz vor, aber dem griechischen Gebiet ist dies von Haus aus eigen, dass eben die beiden namhaftersten Städte desselben außerhalb des Untertanenverhältnisses standen und dieses demnach nur die geringeren Gemeinwesen traf. Auch für die untertänigen Griechenstädte traten schon unter der Republik Milderungen ein. Die anfänglich untersagten Städtebünde lebten allmählich wieder auf, insbesondere die kleineren und machtlosen wie der Beotische. Sehr bald mit der Gewöhnung an die Fremdherrschaft schwanden die oppositionellen Tendenzen, welche ihre Aufhebung herbeigeführt hatten und ihre enge Verknüpfung mit dem sorgfältig geschonten, althergebrachten Kultus wird ihnen weiter zugute gekommen sein, wie denn schon bemerkt worden ist, dass die römische Republik die Amphiktionie in ihren ursprünglichen nichtpolitischen Funktionen wiederherstellte und schützte. Gegen das Ende der republikanischen Zeit scheint die Regierung den Beotern sogar gestattet zu haben, mit den kleinen, nördlich angrenzenden Landschaften und der Insel Euböa eine Gesamtverbindung einzugehen. Den Schlussstein der republikanischen Epoche macht die Sühnung der Schleifung Korinth durch den Größten aller Römer und aller Philhellenen, den Diktator Cäsar, und die Erneuerung des Sternes von Hellas in der Form einer selbstständigen Gemeinde römischer Bürger der neuen julischen Ehre. Diese Verhältnisse fand das eintretende Kaiserregiment in Griechenland vor und diese Wege ist es weitergegangen. Die von dem unmittelbaren Eingreifen der Provinzialregierung und von der Steuerzahlung an das Reich befreiten Gemeinden, denen die Kolonien der römischen Bürger in vieler Hinsicht gleichstehen, begreifen weitaus den größten und besten Teil der Provinz Achaia, im Peloponnes Sparta, mit seinem zwar geschmälerten, aber doch jetzt wieder die nördliche Hälfte Lakoniens umfassenden Gebiet, immer noch das Gegenbild Athens, sowohl in den versteinerten altfränkischen Institutionen wie in der wenigstens äußerlich bewahrten Ordnung und Haltung. Ferner die 18 Gemeinden der freien Lakonen, die südliche Hälfte der lakonischen Landschaft, einst spartanische Untertanen, nach dem Kriege gegen Nabis von den Römern als selbstständiger Städtebund organisiert und von Augustus gleich Sparta mit der Freiheit Belien, endlich in der Landschaft der Achaia außer Düme, das schon von Pompejus mit Piratenkolonisten belegt worden war und dann durch Cäsar neue römische Ansiedler empfangen hatte, vor allem Patré aus einem herabgekommenen Flecken von Augustus seiner für den Handel günstigen Lagewegen, teils durch Zusammenziehung der umliegenden kleinen Ortschaften, teils durch Ansiedlung zahlreicher italischer Veteranen zu der volkreichsten und blühendsten Stadt der Halbinsel umgeschaffen und als römische Bürgerkolonie konstituiert, unter die auch auf der gegenüberliegenden lucrischen Küste Maupactus gelegt ward. Auf dem Isthmus war Korinth, wie es einst das Opfer der Gunst seiner Lage geworden war, so jetzt nach seiner Wiederherstellung, ähnlich wie Katargo, rasch emporgekommen und die gewerb- und volkreichste Stadt Griechenlands, überdies der regelmäßige Sitz der Regierung. Wie die Korinther die ersten Griechen gewesen waren, welche die Römer als Landsleute anerkannt hatten, durch Zulassung zu den isthmischen Spielen, so leitete dieselbe Stadt jetzt, obgleich römische Bürgergemeinde, dieses hohe griechische Nationalfest. Auf dem Festlande gehörten zu den befreiten Distrikten nicht bloß Athen mit seinem ganz Attica und zahlreiche Inseln des ägäischen Meeres umfassenden Gebiet, sondern auch Tanagra und Tespiae, damals die beiden ansehnlichsten Städte der böotischen Landschaft, Ferna, Platäe, Infokis, Delphi, Abä, Elatea, sowie die ansehnlichste der locrischen Städte Amphissa. Was die Republik begonnen hatte, das vollendete Augustus, in der eben Dargelegten, wenigstens in den Hauptzügen von ihm festgestellten und auch später im wesentlichen festgehaltenen Ordnung. Wenngleich die dem pro Konsul unterworfenen Gemeinden der Provinz der Zahl nach gewiss und vielleicht auch nach der Gesamtbevölkerung überwogen, so sind in echt philhellenischem Geiste die durch materielle Bedeutung oder durch große Erinnerungen ausgezeichneten Städte Griechenlands befreite. Weiter, als in diese Richtung Augustus gegangen war, ging der letzte Kaiser des klaudischen Hauses, einer vom Schlage der verdorbenen Poeten und insofern allerdings eingeborener Philhellene. Zum Dank für die Anerkennung, die seine künstlerischen Leistungen in dem Heimatlande der Musen gefunden hatten, sprach Nero wie einst Titus Flaminius und wieder in Korinth bei den istmischen Spielen, die sämtlichen Griechen des römischen Regiments ledig, frei von Tributen und gleich den Italikern, keinem Stadthalter untertan. Sofort entstanden in ganz Griechenland Bewegungen, welche Bürgerkriege gewesen sein würden, wenn diese Leute mehr hätten fertig bringen können als Schlägereien und nach wenigen Monaten stellte Vespasian mit der trockenen Bemerkung, dass die Griechen verlernt hätten, frei zu sein, die Provinzialverfassung wieder her, soweit sie reichte. Die Rechtsstellung der befreiten Gemeinden blieb im Wesentlichen dieselbe wie unter der Republik. Soweit nicht römische Bürger in Frage kamen, behielten sie die volle Justizhoheit, nur scheinen die allgemeinen Bestimmungen über die Appellationen an den Kaiser, Einer und die Senatsbehörden andererseits, auch die freien Städte eingeschlossen zu haben. Vor allem behielten sie die volle Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Athen zum Beispiel hat in der Kaiserzeit das Prägerecht geübt, ohne je einen Kaiserkopf auf seine Münzen zu setzen und auch auf spartanischen Münzen der ersten Kaiserzeit fehlt derselbe häufig. In Athen blieb auch die alte Rechnung nach Drachmen und Obolen, nur dass freilich die örtliche attische Drachme dieser Zeit nichts als lokale Scheidemünze war und dem Wert nach als Obol der attischen Reichstrachme oder des römischen Denars kursierte. Selbst die formale Ausübung des Rechts über Krieg und Frieden war in einzelnen Verträgen der gleichen Staaten gewahrt. Zahlreiche der italischen Gemeindeordnung, völlig widerstreitende Institutionen blieben bestehen, wie der jährliche Wechsel der Ratsmitglieder und die Tagegelder dieser und der Geschworenen, welche wenigstens in Rhodos noch in der Kaiserzeit gezahlt worden sind. Selbstverständlich übte die römische Regierung nichtsdestowen weniger auf die Konstituierung auch der befreiten Gemeinden fahrt während einen maßgebenden Einfluss. So ist zum Beispiel die athenische Verfassung, sei es am Ausgang der Republik, sei es durch Cäsar oder Augustus, in der Weise modifiziert worden, dass nicht mehr jedem Bürger, sondern wie nach römischer Ordnung nur bestimmten Beamten das Recht zustand, einen Antrag an die Bürgerschaft zu bringen und unter der großen Zahl der bloß figurierenden Beamten wurde einem einzigen, dem Strategen, die Geschäftsleitung in die Hand gelegt. Sicher sind auf diesem Wege noch mancherlei weitere Reformen durchgeführt worden, deren Eintreten in den abhängigen wie unabhängigen Griechenland wie überall erkennen, ohne dass Zeit und Anlass der Reformen sich bestimmen lässt. So ist das Recht oder vielmehr das Unrecht der Asyle, welche als Überreste einer rechtlosen Zeit jetzt fromme Schlupfwinkel für schlechte Schuldner und Verbrecher geworden waren, gewiss auch in dieser Provinz, wenn nicht beseitigt, so doch eingeschränkt warten. Das Institut der Proxenie, ursprünglich eine, unseren ausländischen Konsulaten vergleichbare, zweckmäßige Einrichtung, aber durch die Verleihung voller bürgerlicher Rechte und oft auch noch des Privilegiums der Steuerfreiheit an den befreundeten Ausländer, besonders bei der Ausdehnung, in der es gewährt ward, politisch bedenklich, ist durch die römische Regierung, wie es scheint, erst im Anfang der Kaiserzeit beseitigt worden, wofür dann nach italischer Weise das mit dem Steuerwesen sich nicht berührende, inhaltlose Stadtpatronat an die Stelle trat. Endlich hat die römische Regierung als Inhaberin der obersten Souveränität über diese abhängigen Republiken, ebenso wie über die Klientelfürsten immer es als ihr Recht betrachtet und geübt, die freie Verfassung im Fall des Missbrauchs aufzuheben und die Stadt in eigene Verwaltung zu nehmen. Indes teils der beschworene Vertrag, teils die Machtlosigkeit dieser nominell verbündeten Staaten hat diesen Verträgen eine größere Stabilität gegeben, als sie in dem Verhältnis zu dem Klientelfürsten wahrgenommen wird. Wenn den befreiten Gemeinden Achaias ihre bisherige Rechtstellung unter dem Kaisertum blieb, so hat Augustus denen der Provinz, welchen die Freiheit nicht gewährt war oder ward, eine neue und bessere Rechtstellung verliehen. Wie er in der reorganisierten delphischen Amphikzionie den Griechen Europas einen gemeinsamen Mittelpunkt gegeben hatte, gestattete er auch, den sämtlichen Städten der Provinz Achaia, soweit sie unter römischer Verwaltung standen, sich als Gesamtverband zu konstituieren und jährlich in Argos, der bedeutendsten Stadt des unfreien Griechenlands, zur Landesversammlung zusammenzutreten. Damit wurde der nach dem Achaischen Kriege aufgelöste Achaische Bund nicht bloß rekonstituiert, sondern ihm auch die früher erwähnte erweiterte Biotische Vereinigung eingefügt. Wahrscheinlich ist eben durch die Zusammenlegung dieser beiden Gebiete die Abgrenzung der Provinz Achaia herbeigeführt worden. Der neue Verband der Achaia, Bioter, Locra, Fokir, Dora und Euboea oder, wie er gewöhnlich gleich wie die Provinz bezeichnet wird, der Verband der Achaia hat vermutlich weder mehr noch weniger Rechte gehabt als die sonstigen Provinziallandtage des Kaiserreichs. Eine gewisse Kontrolle der römischen Beamten wird dabei beabsichtigt gewesen und werden darum auch die dem Prokonsul nicht unterstellten Städte wie Athen und Sparta von demselben ausgeschlossen worden sein. Daneben wird diese Tagsatzung wie alle ähnlichen hauptsächlich in dem gemeinschaftlichen, das ganze Land umfassenden Kultus den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit gefunden haben. Aber wenn in den übrigen Provinzen dieser Landeskult überwiegend an Rom anknüpfte, so würde der Landtag von Achaia vielmehr ein Brennpunkt des Hellenismus und sollte es vielleicht werden. Schon unter den julischen Kaisern betrachtete er sich als den rechten Vertreter der griechischen Nation und legte seinem Vorstand den Namen des Helladarchen bei, sich selbst sogar den der Panhellenen. Die Versammlung entfernte sich also von ihrer provinzialen Grundlage und ihre bescheidenen administrativen Befugnisse traten in den Hintergrund. Diese Panhellenen nannten sich missbräuchlich also und wurden von der Regierung nur toleriert. Aber Hadrian schuf wie ein neues Athen, so auch ein neues Hellas. Unter ihm dürften die Vertreter der sämtlichen autonomen und nicht autonomen Städte der Provinz Achaia in Athen sich als das vereinigte Griechenland, als die Panhellenen konstituieren. Die in besseren Zeiten oft geträumte und nie erreichte nationale Einigung war damit geschaffen und was die Jugend gewünscht, das besaß das Alter in kaiserlicher Fülle. Freilich politische Befugnisse erhielt das neue Panhellenion nicht. Aber was Kaisergunst und Kaisergold gewähren konnte, daran war kein Mangel. Es erhob sich in Athen der Tempel des neuen Zeus Panhellenius und glänzende Volksfeste und Spiele wurden mit dieser Stiftung verbunden, deren Ausrichtung dem Kollegium der Panhellenen zustand, und zwar zunächst dem Priester des Hadrian als des stiftenden, lebendigen Gottes. Einen der Akte, welche dieselben alljährlich begingen, war das dem Zeus Befreier dargebrachte Opfer in Platäe zum Gedächtnis der hier im Kampf gegen die Perser gefallenen Hellenen am Jahrestag der Schlacht, dem vierten Bydromium. Dies zeichnet seine Tendenz. Noch deutlicher zeigt diesselbe sich darin, dass Griechenstätten außerhalb Hellers, welche der nationalen Gemeinschaft würdig erschienen, von der Versammlung in Athen ideale Bürgerbriefe des Hellenismus ausgestellt wurden. Wenn die Kaiserherrschaft in dem ganzen weiten Reich die Verwüstungen eines 20-jährigen Bürgerkrieges vorfand und viele Orte folgen desselben niemals völlig verwunden wurden, so ist wohl kein Gebiet davon so schwer betroffen worden wie die griechische Halbinsel. Das Schicksal hatte es so gefügt, dass die drei großen Entscheidungsschlachten dieser Epoche, Pharsalos, Philippi, Aktion auf ihrem Boden oder an ihrer Küste geschlagen wurden, und die militärischen Operationen, welche bei beiden Parteien dieselben einleiteten, hatten ihre Opfer von Menschenleben und Menschenglück hier vor allem gefordert. Noch dem Blutarch erzählte sein Ältervater, wie die Offiziere des Antonius die Bürger von Cheronea gezwungen hätten, da sie Sklaven und Lasttiere nicht mehr besaßen, ihr letztes Getreide auf den eigenen Schultern nach dem nächsten Hafenort zu schleppen zur Verschiffung für das Heer und wie dann, als eben der zweite Transport abgehen sollte, die Nachricht von der aktischen Schlacht wie eine erlösende Freudenbotschaft eingetroffen sei. Das erste, was nach diesem Siege Cäsar tat, war die Verteilung der in seine Gewalt geratenen feindlichen Getreidevorräte und die hungernde Bevölkerung Griechenlands. Dieses schwerste Maß des Leidens traf auf vorzugsweise schwache Widerstandskraft. Schon mehr als ein Jahrhundert vor der aktischen Schlacht hatte Polbius ausgesprochen, dass über ganz Griechenland in seiner Zeit Unfurchtbarkeit der Ehen und Einschwinden der Bevölkerung gekommen sei, ohne dass Seuchen oder schwere Kriege des Land betroffen hätten. Nun hatten diese Geißeln in furchtbarer Weise sich eingestellt und Griechenland blieb verödet für alle Folgezeit. Im ganzen Römerreich, meint Plutarch, sei infolge der verwüsteten Kriege die Bevölkerung zurückgegangen, am meisten aber in Griechenland, das jetzt nicht imstande sei, aus den besseren Kreisen der Bürgerschaften die 3000 Hopliten zu stellen, mit denen einst die kleinste der griechischen Landschaften, Megara bei Platä, gestritten hatte. Cäsar und Augustus haben versucht, dieser auch für die Regierung erschreckenden Entvölkerung durch Entsendung italischer Kolonisten aufzuhelfen und in der Tat sind die beiden blühendsten Städte Griechenlands, eben diese Kolonien. Die späteren Regierungen haben solche Entsendungen nicht wiederholt. Zu der anmutigen euboischen Bauernidylle des Dion von Prosa bildet den Hintergrund eine entvölkerte Stadt, in der zahlreiche Häuser leer stehen, die Herden am Rathaus und am Stadtarchiv weiden, zwei Drittel des Gebietes aus Mangel an Händen unbestellt liegen und wenn dies der Erzähler als Selbsterlebtes berichtet, so schildert er damit sicher zutreffend die Zustände zahlreicher kleiner griechischer Landstädte in der Zeit Trajans. Theben in Boazien, sagt Strabon in der augustischen Zeit, ist jetzt kaum noch ein stattliches Dorf zu nennen und mit Ausnahme des Tanagra und Tespie gilt dasselbe von sämtlichen boazischen Städten. Aber nicht bloß der Zahl nach schwanden die Menschen zusammen, auch der Schlag verkam. Schöne Frauen gibt es wohl noch, sagt einer der feinsten Beobachter um das Ende des ersten Jahrhunderts, aber schöne Männer sieht man nicht mehr. Die olympischen Sieger der neueren Zeit erscheinen verglichen mit den älteren niedrig und gemein, zum Teil freilich durch die Schuld der Künstler, aber hauptsächlich weil sie eben sind, wie sie sind. Die körperliche Ausbildung der Jugend ist in diesem gelobten Lande der Ephepen und Athleten in einer Ausdehnung gefördert worden, als ob es der Zweck der Gemeindeverfassung sei, die Knaben zu turnen und die Männer zu Boxern zu erziehen, aber wenn keine Provinz so viele Ringkünstler besaß, so stellte auch keine so wenig Soldaten zur Reichsarmee. Selbst aus dem athenischen Jugendunterricht, der in älterer Zeit das Speerwerfen, das Bogenschießen, die Geschützbedienung, das Ausmarschieren und das Lagerschlagen einschloss, verschwindet jetzt dieses Soldatenspiel der Knaben. Die griechischen Städte des Reiches werden überhaupt bei der Aushebung so gut wie gar nicht berücksichtigt, sei es, weil diese Rekruten physisch untauglich erschienen, sei es, weil dieses Element im Heere bedenklich erschien, es war ein kaiserlicher Launscherz, dass der karikierte Alexander Severus Antonius die römische Armee für den Kampf gegen die Perser durch einige Lochen Spartiaten verstärkte. Was für die innere Ordnung und Sicherheit überhaupt geschah, muss von den einzelnen Gemeinden ausgegangen sein, da römische Truppen in der Provinz nicht standen. Athen zum Beispiel unterhielt Besatzung auf der Insel Delos und wahrscheinlich lag eine Milizabteilung auch auf der Burg. In den Krisen des dritten Jahrhunderts haben der Landsturm von Elathea und derjenige von Athen die Kostoboker und die Goten tapfer zurückgeschlagen und in würdigerer Weise als die Enkel der Kämpfer von Thermophyle in Karakalas Perserkrieg haben in dem Gotischen die Enkel der Marathonsieger ihren Namen zum letzten Mal in die Annalen der alten Geschichte eingezeichnet. Aber wenn auch dergleichen Vorgänge davon abhalten müssen, die Griechen dieser Epoche schlechtweg zu dem vollkommenen Gesindel zu werfen, so hat das Sinken der Bevölkerung an Zahl wie an Kraft auch in der besseren Kaiserzeit stetig angehalten, bis dann seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts, die diese Landschaften ebenfalls schwer heimsuchenden Seuchen, die namentlich die Ostküste treffenden Einfälle der Land- und Seepiraten, endlich das Zusammenbrechen der Reichsgewalt in der galienischen Zeit das chronische Leiden zur akuten Katastrophe steigerten. In ergreifender Weise tritt das Sinken von Hillers und treten die Stimmungen, die dasselbe bei dem Westen hervorrief, uns entgegen in der Ansprache, die einer von diesen, der Betüner Dion um die Zeit Vespasians an die Rodier richtete. Diese galten nicht mit Unrecht als die trefflichsten unter den Hellenen. In keiner Stadt war besser für die niedere Bevölkerung gesorgt und trug diese Fürsorge mehr den Stempel nicht des Almosens, sondern des Arbeitgebens. Als nach dem großen Bürgerkriege Augustus im Orient alle Privatschulden klaglos machte, wiesen allein die Rodier die bedenkliche Vergünstigung zurück. War auch die große Epoche des rodischen Handels vorüber, so gab es dort immer noch zahlreiche blühende Geschäfte und vermögende Häuser. Aber viele Missstände waren auch hier eingerissen und deren Abstellung fordert der Philosoph nicht so sehr, wie er sagt, um der Rodier willen als um der Hellenen insgemein. Einst ruhte die Ehre von Hellers auf vielen und viele mehrten seinen Ruhm ihr, die Athener, die Lakedämonier Theben, eine Zeit lang Korinth, in ferner Zeit Argos. Nun aber ist es mit den anderen nichts, denn einige sind gänzlich heruntergekommen und zerstört, andere führen sich, wie ihr wisst, und sind entehrt und ihres alten Ruhmes zerstöre. Ihr seid übrig, ihr allein seid noch etwas und werdet nicht völlig verachtet. Denn wie es jene treiben, wären längst alle Hellenen tiefer gesunken als die Früger und die Traker. Wie denn ein großes und reiches Geschlecht auf zwei Augen steht und was dieser letzte des Hauses sündigt, alle Vorfahren mit entehrt, so steht ihr in Hellers. Glaubt nicht, die ersten der Hellenen zu sein, ihr seid die einzigen. Sieht man auf jene erbärmlichen Schandbuben, so werden selbst die großen Geschicke der Vergangenheit unbegreiflich. Die Steine und die Städtetrümmer zeigen deutlicher den Stolz und die Größe von Hellers, als diese nicht einmal mysische Ahnen würdigen Nachfahren, und besser als den von diesen Bewohnten ist es den Städten ergangen, welche in Trümmern liegen, denn deren Andenken bleibt in Ehren und ihr wohlerwarbener Ruhm unbefleckt. Besser die Leiche verbrennen, als sie faulend liegen lassen. Man wird diesem hohen Sinn eines Gelehrten, welcher die kleine Gegenwart an der großen Vergangenheit maß und, wie dies nicht ausbleiben kann, jene mit widerwilligen Augen, diese in der Verklärung des Dagewesenseins anschaute, nicht zu nahe treten mit dem Hinweis darauf, dass die alte, gute, hellenische Sitte damals und noch lange nachher, denn doch nicht bloß in Rhodos zu finden, vielmehr in vieler Hinsicht noch allerorts lebendig war. Die innerliche Selbstständigkeit, das wohlberechtigte Selbstgefühl der immer noch an der Spitze der Zivilisation stehenden Nation, ist bei aller Schmiegsamkeit des Untertanen und aller Demut des Parasitentums den Hellenen auch dieser Zeit nicht abhandengekommen. Die Römer entlehnen die Götter von den alten Hellenen und die Verwaltungsform von den Alexandrinen. Sie suchen sich der griechischen Sprache zu bemächtigen und die eigene in Maß und Stil zu hellenisieren. Die Hellenen auch der Kaiserzeit tun nicht das gleiche, die nationalen Gottheiten Italiens wie Silvanus und die Laren werden in Griechenland nicht verehrt und keiner griechischen Stadtgemeinde ist es je in den Sinn gekommen, die von ihrem Polybius als die beste gefeierte politische Ordnung bei sich einzuführen. Insofern die Kenntnis des Lateinischen für die höhere wie die niedere Ämterlaufbahn bedingend war, haben die Griechen, die diese betraten, sich dieselbe angeeignet. Denn wenn es auch praktisch nur dem Kaiser Claudius einfiel, den Griechen, die kein Lateinisch verstanden, das römische Bürgerrecht zu entziehen, so war allerdings die wirkliche Ausübung der mit diesem verknüpften Rechte und Pflichten nur dem möglich, der der Reichsprache mächtig war. Aber von dem öffentlichen Leben abgesehen ist nie in Griechenland so Lateinisch gelernt worden wie in Rom Griechisch. Plutarchus, der schriftstellerisch die beiden Reichshälften gleichsam vermählte und dessen Parallelbiografien römischer und griechischer berühmter Männer vor allem durch diese Nebeneinanderstellung sich empfahlen und wirkten, verstand nicht sehr viel mehr Lateinisch als Diderot Russisch und beherrschte wenigstens, wie er selbst sagt, die Sprache nicht. Die des lateinischen, wirklich mächtigen griechischen Literaten waren entweder Beamte wie Appianus und Cassus Dion oder Neutrale wie König Juba. In der Tat war Griechenland in sich selbst weit weniger verändert als in seiner äußeren Stellung. Das Regiment von Athen war recht schlecht, aber auch in der Zeit von Athens Größe war es gar nicht musterhaft gewesen. Es ist, sagt Plutarchus, derselbe Volksschlag, dieselben Unruhen der Ernst und der Scherz, die Anmut und die Bosheit wie bei den Vorfahren. Auch diese Epoche weist in dem Leben des griechischen Volkes noch einzelne Züge auf, die seines zivilisatorischen Prinzipats würdig sind. Die Fechterspiele, die von Italien aus sich überall hin, namentlich auch nach Kleinasien und Syrien verbreiteten, haben am spätesten von allen Landschaften in Griechenland Eingang gefunden. Längere Zeit beschränkten sie sich auf das halbitalische Korinth und als die Athener, um hinter diesen nicht zurückzustehen, sie auch bei sich einführten, ohne auf die Stimme eines ihrer Besten zu hören, der sie fragte, ob sie nicht zuvor dem Gotte des Erbarmens einen Altar setzen möchten, da wandten manche der Edelsten unwillig sich weg von der sich selbst verehrenden Vater statt. In keinem Lande der antiken Welt sind die Sklaven mit solcher Humanität behandelt worden wie in Hellas. Nicht das Recht, aber die Sitte verbot dem Griechen seine Sklaven an einen nicht-griechischen Herrn zu verkaufen und verbannte somit aus dieser Landschaft den eigentlichen Sklavenhandel. Nur hier finden wir in der Kaiserzeit bei den Bürgerschmeusen und den Ölspenden an die Bürgerschaft auch die unfreien Leute mit Bedacht. Nur hier konnte ein unfreier Mann wie Epiktetos unter Trajan in seiner mehr als bescheidenen äußeren Existenz in dem epirotischen Nekopolis mit angesehenen Männern senatorische Standes in der Weise verkehren wie Sokrates mit Kretias und Alcibiades, so dass sie seiner mündlichen Belehrung wie Schüler dem Meister lauschten und die Gespräche aufzeichneten und veröffentlichten. Die Milderungen der Sklaverei durch das Kaiserrecht gehen wesentlich zurück auf den Einfluss der griechischen Anschauungen, zum Beispiel bei Kaiser Markus, der zu jenem nikopolitanischen Sklaven wie zu seinem Meister und Muster empor sah. Unübertrefflich schildert der Verfasser eines unter den lucianischen erhaltenen Dialogs das Verhalten des feinen athenischen Stadtbürgers in seinen engen Verhältnissen gegenüber dem vornehmen und reichen reisenden Publikum zweifelhafter Bildung oder auch unzweifelhafter Rohheit. Wie man es dem reichen Ausländer abgewöhnt, im öffentlichen Bade mit einem Heer von Bedienten aufzuziehen, als ob er seines Lebens in Athen nicht ohnehin sicher und nicht Frieden im Lande sei, wie man es ihm abgewöhnt, auf der Straße mit dem Purpurgewand sich zu zeigen, in dem die Leute sich freundlich erkundigen, ob es nicht das seiner Mama sei. Er zieht die Parallele zwischen römischer und athenischer Existenz. Dort die beschwerlichen Gastereien und die noch beschwerlicheren Bordelle, die unbequeme Bequemlichkeit der Bedientenschwärme und des häuslichen Luxus, die Lästigkeiten der Liederlichkeit, die Qualen des Ehrgeizes, all das Übermaß, die Vielfältigkeit, die Unruhe des hauptstädtischen Treibens, hier die Anmut der Armut, die freie Rede im Freundeskreis, die Muße für geistigen Genuss, die Möglichkeit des Lebensfriedens und der Lebensfreude. Wie konntest du, fragt ein Griecher in Rom den anderen, das Licht der Sonne, Hellas und sein Glück und seine Freiheit um dieses gedränges Willen verlassen? In diesem Grundakkord begegnen sich alle feiner und reiner organisierten Naturen dieser Epoche. Eben die besten Hellenen mochten nicht mit den Römern tauschen. Kaum gibt es etwas gleich Erfreuliches in der Literatur der Kaiserzeit wie Dios schon erwähnte euboische Idylle. Sie schildert die Existenz zweier Jägerfamilien im einsamen Walde. Deren Vermögen acht Ziegen sind eine Kuh ohne Horn und ein schönes Kalb, vier Sicheln und drei Jagdspeere, welche weder vom Geld noch von Steuern etwas wissen und die dann, vor die tobende Bürgerversammlung der Stadt gestellt, von dieser schließlich unbehelligt entlassen werden, zum Freuen und zum Freien. Die reale Durchführung dieser poetisch verklärten Lebensauffassung ist Plotarchus von Cheronea, einer der anmutigsten und belesensten und nicht minder einer der wirksamsten Schriftsteller des Altertums. Einer vermögenden Familie, jener kleinen biotischen Landstadt entsprossen und erst daheim, dann in Athen und in Alexandria in die volle hellenische Bildung eingeführt, auch durch seine Studien und vielfältige persönliche Beziehungen sowie durch Reisen in Italien mit römischen Verhältnissen wohl vertraut. Verschmähte er es, nach der üblichen Weise der begabten Griechen in den Staatsdienst zu treten oder die Professurenlaufbahn einzuschlagen. Er blieb seiner Heimat treu, mit der trefflichen Frau und den Kindern und mit den Freunden und Freundinnen des häuslichen Lebens im schönsten Sinne des Wartes genießend, sich bescheidend mit den Ämtern und Ehren, die sein Biotien ihm zu bieten vermochte und mit dem mäßigen angeerbten Vermögen. In diesem Cheronea drückt der Gegensatz der Hellenen und der Hellenisierten sich aus. Ein solches Griechentum war weder in Smyrna möglich noch in Antiochea, es gehörte zum Boden wie der Honig vom Hymethos. Es gibt genug mächtigere Talente und tiefere Naturen, aber schwerlich einen zweiten Schriftsteller, der mit so glücklichem Maß sich in das Notwendige mit Heiterkeit zu finden und so, wie er den Stempel seines Seelenfriedens und seines Lebensglückes seinen Schriften aufzuprägen gewusst hat. Die Selbstbeherrschung des Hellenismus kann auf dem Boden des öffentlichen Lebens sich nicht in der Reinheit und Schönheit offenbaren wie in der stillen Heimstadt, nach der die Geschichte und sie nach der Geschichte glücklicherweise nicht fragt. Wenden wir uns den öffentlichen Verhältnissen zu, so ist mehr vom Missregiment als vom Regiment zu berichten, sowohl der römischen Regierung wie der griechischen Autonomie. An gutem Willen fehlte es dort insofern nicht, als der römische Philhellenismus die Kaiserzeit noch viel entschiedener beherrscht als die republikanische. Er äußert sich überall im Großen wie im Kleinen in der Fahrtführung der Hellenisierung der östlichen Provinzen und der Anerkennung der doppelten offiziellen Reichssprache wie in den höfischen Farmen, in welchen die Regierung auch mit der kleinsten griechischen Gemeinde verkehrt und ihre Beamten zu verkehren anhält. Auch haben es die Kaiser an Gaben und Bauten zugunsten dieser Provinz nicht fehlen lassen und wenn auch das meiste der Art nach Athen kam, so baute doch Hadrian eine große Wasserleitung zum Besten von Korinth, Pius die Heilanstalt von Epidaurus. Aber die rücksichtsvolle Behandlung der Griechen, insgemein und die besondere Huld, welche dem eigentlichen Hellers von der kaiserlichen Regierung zuteil wurde, weil es in gewissem Sinn gleich wie Italien als Mutterland galt, sind weder dem Regiment noch der Landschaft recht zum Vorteil ausgeschlagen. Der jährliche Wechsel der Oberbeamten und die schlaffe Kontrolle der Zentralstelle ließen alle senatorischen Provinzen, soweit das Stadthalterregiment reichte, mehr den Druck als den Segen einheitlicher Verwaltung empfinden und diese doppelt bei ihrer Kleinheit und ihrer Armut. Noch unter Augustus selbst machten diese Missstände sich in dem Grade geltend, dass es eine der ersten Regierungshandlungen seines Nachfolges war, sowohl Griechenland wie Makedonien in eigene Verwaltung zu nehmen, wie es hieß, vorläufig, in der Tat, auf die ganze Dauer seiner Regierung. Es war sehr konstitutionell, aber vielleicht nicht eben so weise, dass Kaiser Claudius, als er zur Gewalt gelangte, die alte Ordnung wiederherstellte. Seitdem hat es dann bei dieser sein Bewenden gehabt und ist Achaia nicht von ernannten, sondern von erlosten Beamten verwaltet worden, bis diese Verwaltungsform überhaupt abkam. Aber bei weitem übler noch stand es um die von dem Stadthalterregiment eximierten Gemeinden Griechenlands. Die Absicht, diese Gemeinwesen zu begünstigen durch die Befreiung vom Tribut und Aushebung, wie nicht minder durch die möglichst geringe Beschränkung der Rechte des souveränen Staates, hat wenigstens in vielen Fällen zu dem Gegenteil geführt. Die innere Unwahrheit der Institutionen rächte sich. Zwar bei den weniger bevorrechteten oder besser verwalteten Gemeinden mag die kommunale Autonomie ihren Zweck erfüllt haben. Wenigstens vernehmen wir nicht, dass es mit Sparta, Korinth, Patré besonders übel bestellt gewesen sei. Aber Athen war nicht geschaffen, sich selbst zu verwalten und bietet das abschreckende Bild eines von der Obergewalt verhätschelten und finanziell wie sittlich verkommenen Gemeinwesens. Von Rechts wegen hätte dasselbe in blühenden Zustande sich befinden müssen. Wenn es den Athenern misslang, die Nation unter ihrer Hegemonie zu vereinigen, so ist diese Stadt doch die einzige Griechenlands wie Italiens gewesen, welche die landschaftliche Einigung vollständig durchgeführt hat. Ein eigenes Gebiet, wie es die Attike ist, von etwa 40 Quadratmeilen der doppelten Größe der Insel Rügen, hat keine Stadt des Altertums sonst besessen. Aber auch außerhalb Attikas blieb ihnen, was sie besaßen, sowohl nach dem mithradatischen Kriege, doch soll das Gnade, wie nach der phasalischen Schlacht, in der sie auf Seiten des Pompejus gestanden hatten, durch die Gnade Cäsars. Er fragte sie nur, wie oft sie noch sich selber zugrunde richten und dann durch den Ruhm ihre Vorfahren retten lassen wollten. Der Stadt gehörte immer noch nicht bloß das ehemals haleartische Gebiet in Bozien, sondern auch an ihrer eigenen Küste Salamis, der alte Ausgangspunkt ihrer Seeherrschaft, im tragischen Meer, die einträglichen Inseln Skyros, Lemnos und Imbros sowie im ägäischen Delos. Freilich war diese Insel seit dem Ende der Republik nicht mehr das zentrale Emporium des Handels mit dem Osten, nachdem der Verkehr sich von da weg nach den Häfen der italischen Westküste gezogen hatte, und es war dies für die Athener ein unersetzlicher Verlust. Von den weiteren Verleihungen, die sie Antonius abzuschmeicheln gewusst hatten, nahm ihnen Augustus, gegen den sie Partei ergriffen hatten, allerdings Aegina und Eretria auf Obea, aber die kleineren Inseln des thrakischen Meeres, Icos Papiretos, Skiathos, Fernacheus von der sunischen Landspitze, dürften sie behalten. Und Hadrian gab ihnen weiter den besten Teil der großen Insel, Kephalenia im Ionischen Meer. Erst durch den Kaiser Severius, der ihnen nicht wohl wollte, wurde ihnen ein Teil dieser auswärtigen Besitzungen entzogen. Hadrian gewährte ferner den Athenern die Lieferung eines gewissen Quantums von Getreide auf Kosten des Reiches und erkannte durch die Erstreckung dieses bisher der Reichshauptstadt vorbehaltenen Privilegiums Athen gleichsam an als eine der Reichsmetropolen. Nicht minder wurde das segensreiche Institut der Alimentarstiftungen, dessen Italien sich seit Trajan erfreute, von Hadrian auf Athen ausgedehnt und das dazu erforderliche Kapital sicher aus seiner Schatulle den Athenern geschenkt. Eine Wasserleitung, die er ebenfalls seinem Athen widmete, wurde erst nach seinem Tode von Pius vollendet. Dazu kam der Zusammenfluss der Reisenden und der Studierenden und die in immer steigender Zahl von den römischen großen und den auswärtigen Fürsten der Stadt verliehenen Stiftungen. Dennoch war die Gemeinde in stetiger Bedrängnis. Mit dem Bürgerrecht wurde nicht bloß das überall übliche Geschäft aufnehmen und geben, sondern förmlich und offenkundig Schacher getrieben, sodass Augustus mit einem Verbot dagegen einschritt. Einmal über das andere beschloss der Rat von Athen, diese oder jene seiner Inseln zu verkaufen und nicht immer fand sich ein opferwilliger Reicher, gleich dem Julius Nikanor, der unter Augustus den Bankerotten Athenern die Insel Salamis zurückkaufte und dafür von dem Rat derselben den Ehren Titel des neuen Themistokles sowie, da er auch Verse machte, nebenbei des neuen Homer und mit den edlen Ratsherren zusammen vor dem Publikum den wohlverdienten Hohn erntete. Die prachtvollen Bauten, mit denen Athenfahrt fuhr, sich zu schmücken, erhielt es ohne Ausnahme von dem Fremden, unter anderem von den reichen Königen Antiochos von Komagene und Herodes von Judäa, vor allem aber von dem Kaiser Hadrian, der eine völlige Neustadt am Elisus anlegte und außer zahllosen anderen Gebäuden, darunter dem schon erwähnten Panhellenion, das Wunder der Welt, den von Pesistratus begonnenen Riesenbau des Olympion mit seinen 120 zum Teil noch stehenden Säulen, den größten von allen, die heute aufrecht sind, sieben Jahrhunderte nach seinem Beginn in würdiger Weise Abschluss. Selbst hatte diese Stadt kein Geld, nicht bloß für ihre Hafenmauern, die jetzt allerdings entbehrlich waren, sondern nicht einmal für den Hafen. Zu Augustus Zeit war der Pereus ein geringes Dorf von wenigen Häusern, nur besucht wegen der Meisterwerke der Malerei in den Tempelhallen. Handel und Industrie gab es in Athen fast nicht mehr. Oder für die Bürgerschaft insgemein, wie für den einzelnen Bürger, nur ein einziges blühendes Gewerbe, den Bettel. Auch blieb es nicht bei der Finanzbedrängnis. Die Welt hatte wohl Frieden, aber nicht die Straßen und Plätze von Athen. Noch unter Augustus hatte ein Aufstand in Athen solche Verhältnisse angenommen, dass die römische Regierung gegen die Freistaat einschreiten musste und wenn auch dieser Vorgang vereinzelt steht, so gehörten Aufläufe auf der Gasse wegen der Brotpreise und das andere in geringfügigen Anlässen in Athen zur Tagesordnung. Viel besser wird es in zahlreichen anderen Freistädten nicht ausgesehen haben, von denen weniger die Rede ist. Einer solchen Bürgerschaft die Kriminaljustiz unbeschränkt in die Hand zu geben, war kaum zu verantworten. Und doch stand dieselbe den zu internationaler Föderation zugelassenen Gemeinden wie Athen und Rhodos von Rechts wegen zu. Wenn der athenische Areopag in augustischer Zeit sich weigerte, einen wegen Fälschung verurteilten Griechen auf die Verwendung eines vornehmen Römers hin von der Strafe zu entbinden, so werde er in seinem Recht gewesen sein, aber dass die Kyzykener unter Tiberius römische Bürger einsperrten, unter Claudius gar die Rhodier einen römischen Bürger ans Kreuz schlugen, waren auch formale Rechtsverletzungen und ein ähnlicher Vorgang hat unter Augustus den Thessalern ihre Autonomie gekostet. Übermut und Übergriff wird durch die Machtlosigkeit nicht ausgeschlossen, nicht selten von den schwachen Schutzbefohlenen eben daraufhin gewagt. Bei aller Achtung für große Erinnerungen und beschworene Verträge mussten doch jeder gewissenhaften Regierung diese Freistaaten nicht viel minder als ein Bruch in die allgemeine Rechtsordnung erscheinen, wie das noch viel altheiligere Asylrecht der Tempel. Schließlich griff die Regierung durch und stellte die freien Städte hinsichtlich ihrer Wirtschaft unter die Oberaufsicht von Beamten kaiserlicher Ernennung, die allerdings zunächst als außerordentliche Kommissarien zur Korrektur der bei den Freistädten eingerissenen Überstände charakterisiert werden und davon späterhin die Bezeichnung Korrekturen als Titulare führen. Die Anfänge derselben lassen sich bis in die Trajanische Zeit verfolgen, als stehende Beamte finden wir sie in Achaia im dritten Jahrhundert. Diese neben den Prokonsulen fungierenden vom Kaiser bestellten Beamten finden in keinem Teil des römischen Reiches so früh sich ein und sind in keinem so früh ständig geworden wie in dem halb aus Freistädten bestehenden Achaia. Das an sich wohlberechtigte und durch die Haltung der römischen Regierung wie vielleicht noch mehr durch die des römischen Publikums genährte Selbstgefühl der Hellenen, das Bewusstsein des geistigen Primats rief da selbst einen Kultus der Vergangenheit ins Leben, der sich zusammensetzt aus dem treuen Festhalten an den Erinnerungen größerer und glücklicherer Zeiten und dem barocken Zurückdrehen der gereiften Zivilisation auf ihre zum Teil sehr primitiven Anfänge. Zu den ausländischen Kulten, wenn man absieht von dem schon früher durch die Handelsverbindungen eingebürgerten Dienst der ägyptischen Gottheiten, namentlich der Isis, haben die Griechen im eigentlichen Hellas sich durchgehend ablehnend verhalten. Wenn dies von Korinth am wenigsten gilt, so ist dies auch die am wenigsten griechische Stadt von Hellas. Die alte Landesreligion schützt nicht der innige Glaube, von dem diese Zeit sich längst gelöst hatte, aber die heimische Weise und das Gedächtnis der Vergangenheit haften vorzugsweise an ihr und darum wird sie nicht bloß mit Zähigkeit festgehalten, sondern sie wird auch, zum guten Teil durch gelehrte Repräsentation im Laufe der Zeit immer starrer und altertümlicher, immer mehr ein Sonderbesitz der Studierten. Ähnlich verhält es sich mit dem Kultus der Stammbäume, in welchem die Hellenen dieser Zeit ungemeines geleistet und die adelsstolzesten Römer weit hinter sich gelassen haben. In Athen spielt das Geschlecht der Eumolpiden eine hervorragende Rolle bei der Reorganisierung des Eleusinischen Festes unter Markus. Dessen Sohn Commodus verlieh dem Haupt des Geschlechtes der Kerküden das römische Bürgerrecht und aus demselben stammt der tapfere und gelehrte Athener, der fast wie Tukidides mit den Goten schlug und dann den guten Krieg beschrieb. Des Markus Zeitgenosse, der Professor und Konsular Herodes Atticus gehörte eben diesem Geschlecht an und sein Hofpoet singt von ihm, dass dem hochgeborenen Athener, dem Nachkommen des Hermes und der Kekrups Tochter Herse, der rote Schuh des römischen Patriziats wohl angestanden habe, während einer seiner Lobredner in Prosa ihn als Eakiden feiert und zugleich als Abkömmling von Miltiades und Kimon. Aber auch Athen wurde hierin noch weit überboten von Sparta, mehrfach begegnen Spartiaten, die sich der Herkunft von den Dioskuren, dem Herakles, dem Poseidon und des seit 40 und mehr Generationen in ihrem Hause erblichen Priestertums dieser Altverdern berühmen. Es ist charakteristisch für dieses Adeltum, dass es sich hauptsächlich erst mit dem Ende des zweiten Jahrhunderts einstellt. Die Heraldiker, welche diese Geschlechtstafeln entwarfen, werden für die Beweisstücke weder in Athen noch in Sparta die Goldwaage angewandt haben. Dieselbe Tendenz zeigt sich in der Behandlung der Sprache oder vielmehr der Dialekte. Während in dieser Zeit in den sonstigen griechisch redenden Ländern und auch in Hellas im gewöhnlichen Verkehr das sogenannte Gemeine im Wesentlichen aus der attischen Mundart heraus verschliffene Griechisch vorherrscht, strebt die Schriftsprache dieser Epoche nicht bloß nach der Beseitigung der eingerissenen Sprachfehler und Neuerungen, sondern vielfach werden dialektische Besonderheiten dem Sprachgebrauch entgegen wieder aufgenommen und hier, wo er am wenigsten berechtigt war, der alte Partikularismus in scheinhafter Weise zurückgeführt. Den Standbildern, welche die Tesbär den Musen im Hain des Helikon setzten, wurden auf gut böotisch die Namen Orania und Thalia beigeschrieben, während die dazugehörigen Epigramme, verfasst von einem Poeten römischen Namens, sie auf gut ionisch Uranie und Thalia nannten und die nicht gelehrten Booter, wenn sie sie kannten, sie nannten wie alle anderen Griechen Uranier und Thalia. Von den Spartanern vor allem ist darin Unglaubliches geleistet und nicht selten mehr für den Schatten des Lykurgus als für die zur Zeit lebenden Elia und Aurelia geschrieben worden. Daneben kommt der korrekte Gebrauch der Sprache in dieser Zeit auch in Hellas allmählich in Schwanken. Achaismen und Barbarismen gehen in den Dokumenten der Kaiserzeit häufig friedlich nebeneinander her. Athens, sehr mit Fremden gemischte Bevölkerung, hat in dieser Hinsicht sich zu keiner Zeit besonders ausgezeichnet und obwohl die städtischen Urkunden sich verhältnismäßig reinhalten, macht doch seit Augustus die allgemein einreißende Sprachverderbnis auch hier sich fühlbar. Die strengen Grammatiker der Zeit haben ganze Bücher gefüllt mit den Sprachschnitzern, die der eben erwähnte, vielgefeierte Retor Herodes Atticus und die übrigen berühmten Schulredner des zweiten Jahrhunderts sich zu Schulden kommen ließen, ganz abgesehen von der verzwickten Künstelei und der manierierten Pointierung ihrer Rede. Die eigentliche Verwilderung aber in Sprache und Schrift reißt in Athen und ganz Griechenland eben wie in Rom ein mit Septimius Severus. Die Schadhaftigkeit der hellenischen Existenz lag in der Beschränktheit ihres Kreises. Es mangelte dem hohen Ehrgeiz an dem entsprechenden Ziel und darum überwucherte die niedere und die erniedrigende Ambition. Auch in Hellas fehlte es nicht an einheimischen Familien von großem Reichtum und bedeutendem Einfluss. Das Land war wohl im ganzen Arm, aber es gab doch Häuser von ausgedehntem Grundbesitz und altbefestigtem Wohlstand. In Sparta zum Beispiel hat das des Lachares von Augustus bis wenigstens in die hadrianische Zeit eine Stellung angenommen, welche tatsächlich von dem Fürstentum nicht allzu weit abstand. Den Lachares hatte Antonius wegen Erpressung hinrichten lassen, dafür war dessen Sohn Eurikles einer der entschiedensten Parteigänge Augusts und einer der tapfersten Kapitäne in der entscheidenden Seeschlacht, der fast den besiegten Feldherrn persönlich zum Gefangenen gemacht hätte. Er empfing von dem Siege unter anderem Reichengaben als Privateigentum die Insel Kytere. Später spielte er eine hervorragende und bedenkliche Rolle nicht bloß in seinem Heimatland, über welches er eine dauernde Vorstandschaft ausgeübt haben muss, sondern auch an den Höfen von Jerusalem und Caesarea. Wobei das dem Spatiaten von den orientalen gezollte Ansehen nicht wenig mitwirkte. Deswegen von dem Kaisergericht mehrfach zur Verantwortung gezogen, wurde er schließlich verurteilt und ins Exil gesandt, aber der Tod entzog ihn rechtzeitig den Folgen des Urteilsbruches und sein Sohn Lacon trat in das Vermögen und wesentlich auch, wenngleich in vorsichtiger Form, in die Machtstellung des Vaters ein. Ähnlich stand in Athen das Geschlecht des oft genannten Herodes. Wir können dasselbe aufsteigend durch vier Generationen bis in die Zeit Caesars zurückverfolgen und über des Herodes Großvater ist, ähnlich wie über den Spartaner Eurikles, wegen seiner übergreifenden Machtstellung in Athen, die Konfiskation verhängt war. Die ungeheuren Latifundien, welche der Enkel in seiner armen Heimat besaß, die zu Grabzwecken seiner Lustknaben verwendeten weiten Flächen erregten den Unwillen selbst der römischen Stadthalter. Derartige mächtige Familien gab es vermutlich in den meisten Landschaften von Hellas und wenn sie auf dem Landtag der Provinz in der Regel entschieden, so waren sie auch in Rom nicht ohne Verbindungen und Einfluss. Aber obwohl diejenigen rechtlichen Schranken, welche den Gallier und den Alexandriner noch nach erlangtem Bürgerrecht vom Reichssenat ausschlossen, diesen vornehmen Griechen schwerlich entgegenstanden, vielmehr unter den Kaisern diejenige politische und militärische Laufbahn, welche dem Italiker sich darbot, von rechts wegen dem Hellenen gleichfalls offen stand, so sind dieselben doch tatsächlich erst in später Zeit und in beschränktem Umfang in den Staatsdienst eingetreten, zum Teil wohl, weil die römische Regierung der früheren Kaiserzeit die Griechen als Ausländer ungern zuließ, zum Teil weil diese selbst die mit dem Eintritt in diese Laufbahn verknüpfte Übersiedlung nach Rom scheuten und es vorzogen, statt einer mehr unter den vielen Senatoren daheim die Ersten zu sein. Erstes Lachares Urenkel Herklanos ist in traianischer Zeit und in der Familie des Herodes wahrscheinlich zuerst dessen Vater um dieselbe Zeit in den römischen Senat eingetreten. Die andere Laufbahn, welche erst in der Kaiserzeit sich auftat, der persönliche Dienst des Kaisers gab wohl im günstigen Fall Reichtum und Einfluss und ist auch früher und häufiger von den Griechen betreten worden, aber da die meisten und wichtigsten dieser Stellungen an den Offizierdienst geknüpft waren, scheint auch für diese längere Zeit ein faktischer Vorzug der Italiker bestanden zu haben und war der gerade Weg auch hier den Griechen einigermaßen verlegt. In untergeordneten Stellungen sind Griechen am kaiserlichen Hofe von jeher und in großer Anzahl verwendet worden und auf Umwegen oftmals zu Vertrauen und Einfluss gelangt, aber der gleichen Persönlichkeiten kamen mehr aus den hellenisierten Landschaften als aus Hellas selbst und am wenigsten aus den besseren hellenischen Häusern. Für die legitime Ambition des jungen Mannes von Herkunft und Vermögen gab es, wenn er ein Grieche war, im römischen Kaiserreich nur beschränkten Spielraum. Es blieb ihm die Heimat und in dieser, für das Gemeine wohl tätig zu sein, war allerdings Pflicht und Ehre. Aber es waren sehr bescheidene Pflichten und noch viel bescheidenere Ehren. Eure Aufgabe, sagt Dion, weiter seinen Rudiern, ist eine andere als die, der Vorfahren war. Sie konnten ihre Tüchtigkeit nach vielen Seiten hin entwickeln, nach dem Regimentstreben, den unterdrückten Beistehen, Bundesgenossen gewinnen, Städte gründen, Kriegen und Siegen, von allem dem vermögt ihr nichts mehr zu tun. Es bleibt euch die Führung des Hauswesens, die Verwaltung der Stadt, die Verleihung von Ehren und Auszeichnungen mit Wahl und Maß, der Sitz im Rat und im Gericht, der Gottesdienst und die Feier der Feste. In allem diesen könnt ihr euch vor anderen Städten auszeichnen. Auch das ist nichts Geringes, die anständige Haltung, die Sorgfalt für Haar und Bart, der gesetzte Gang auf der Straße, sodass bei euch selbst, die anders gewöhnten Fremden, sich es abgewöhnen zu rennen, die schickliche Tracht sogar, wenn es auch lächerlich erscheinen mag, der schmale und knappe Purpursaum, die Ruhe im Theater, das Maßhalten im Klatschen, das alles macht die Ehre eurer Stadt und mehr als in euren Häfen und Mauern und Docks, zeigt sich hierin das gute alte hellenische Wesen und erkennt hierin auch der Barbar, der den Namen der Stadt nicht weiß, dass er in Griechenland ist und nicht in Syrien oder Kilikien. Das traf alles zu, aber wenn es jetzt nicht mehr von dem Bürger erlangt ward, für die Vaterstadt zu sterben, so war doch die Frage nicht ohne Berechtigung, ob es noch der Mühe wert sei, für diese Vaterstadt zu leben. Es gibt von Plutarchus eine Auseinandersetzung über die Stellung der griechischen Gemeindebeamten zu seiner Zeit, worin er mit der ihm eigenen Billigkeit und Umsicht diese Verhältnisse erörtert. Die alte Schwierigkeit, die gute Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten zu führen, mittels der Majoritäten der unsicheren, launenhaften, oft mehr den eigenen Vorteil als den des Gemeinwesens, bedenkenden Bürgerschaft oder auch der sehr zahlreichen Ratsversammlung. Die Athenische zählte in der Kaiserzeit erst 600, dann 500, später 750 Stadträte, bestand wie früher, so auch jetzt. Es ist die Pflicht des tüchtigen Beamten zu verhindern, dass das Volk nicht dem einzelnen Bürger Unrecht tut, nicht das Privatvermögen unerlaubter Weise an sich zieht, nicht das Gemeindegut unter sich verteilt. Aufgaben, die dadurch nicht leichter werden, dass der Beamte kein Mittel dafür hat, als die verständige Ermahnung und die Kunst des Demagogen, das ihm ferner geraten wird, in kleinen Dingen nicht allzu spröde zu sein und wenn bei einem Stadtfest eine mäßige Spende an die Bürgerschaft in Antrag kommt, es nicht solcher Kleinigkeit wegen mit den Leuten zu verderben. Im Übrigen aber hatten die Verhältnisse sich völlig verändert und es musste Beamte in die Gegenwärtigen sich schicken lernen. Vor allem hat er die Machtlosigkeit der Hellenen, sich selbst wie den Mitbürgern jeden Augenblick gegenwärtig zu halten. Die Freiheit der Gemeinde reicht so weit, die Herrscher sie gestatten und ein Meer würde auch wohl vom Übel sein. Wenn Pericles die Amtstracht anlegte, so rief er sich zu, nicht zu vergessen, dass er über Freie und Griechen herrsche. Heute hat der Beamte sich zu sagen, dass er unter einem Herrscher herrsche, über eine den Prokonsulen und den kaiserlichen Prokuratoren untergebene Stadt, dass er nicht sein könne und dürfe als das Organ der Regierung, das ein Federstrich des Stadthalters genüge, um jedes seiner Dekrete zu vernichten. Darum ist es die erste Pflicht eines guten Beamten, sich mit den Römern in gutes Einvernehmen zu setzen und womöglich einflussreiche Verbindungen in Rom anzuknüpfen, damit diese der Heimat zugute kommen. Freilich warnt der rechtschaffene Mann eindringlich vor der Servilität, nötigenfalls soll der Beamte mutig dem schlechten Stadthalter entgegentreten und als die höchste Leistung erscheint, die entschlossene Vertretung der Gemeinde in solchen Konflikten in Rom vor dem Kaiser. In bezeichnender Weise tadelt er scharf diejenigen Griechen, die, ganz wie in den Zeiten des archaischen Bundes, bei jedem örtlichen Hader die Intervention des römischen Stadthalters herbeiführen und mahnt dringend, die Gemeindeangelegenheiten lieber innerhalb der Gemeinde zu erledigen, als durch Appellation, sich nicht so sehr der Oberbehörde als den bei ihr tätigen Sachwaltern und Advokaten in die Hände zu liefern. Alles dieses ist verständig und patriotisch, so verständig und so patriotisch wie einstmals die Politik des Polybius, auf die auch ausdrücklich hingewiesen wird. In dieser Epoche des völligen Weltfriedens, wo es weder einen Griechen noch einen Barbarenkrieg irgendwo gibt, wo die städtischen Kommandos, die städtischen Friedensschlüsse und Bündnisse lediglich der Geschichte angehören, war der Rat sehr am Platze, Marathon und Platär, den Schulmeistern zu überlassen und nicht die Köpfe der Ekklesia mit dergleichen großen Warten zu erhitzen, vielmehr in dem engen Kreise der noch gestatteten freien Bewegung sich zu bescheiden. Aber die Welt gehört nicht dem Verstande, sondern der Leidenschaft. Der hellenische Bürger konnte auch jetzt noch gegen das Vaterland seine Pflicht tun, aber für den rechten politischen nach großem ringenden Ehrgeiz, für die perikleische und alkebaidische Leidenschaft war in diesem Hellers, vom Schreibtisch etwa abgesehen, nirgends ein Raum und in der Lücke wucherten die Giftkräuter, die da, wo das hohe Streben erstickt ist, die Menschenbrust versehen und das Menschenherz vergiften. Darum ist Hellers auch das Mutterland der heruntergekommenen inhaltlosen Ambition, unter den vielen schweren Schäden der sinkenden antiken Zivilisation vielleicht des am meisten allgemeinen und sicher eines der verderblichsten. Dabei stehen in der ersten Reihe die Volksfeste mit ihrer Preiskonkurrenz. Die olympischen Wettkämpfe stehen dem jugendlichen Volk der Hellenen wohl an, das allgemeine Türnerfest der griechischen Stämme und Städte und der nach dem Spruch der Hellersrichter dem tüchtigsten Wettläufer aus den Zweigen des Ölbaumes geflochtene Kranz ist der unschuldige und einfache Ausdruck der Zusammengehörigkeit der jungen Nation. Aber die politische Entwicklung hatte bald über diese Morgenröte hinausgeführt. Schon in den Tagen des athenischen Seebundes und gar erst der Alexandermonarchie war jenes Hellenenfest ein Anachronismus. Ein im Mannesalter fortgeführtes Kinderspiel, das der Besitzer jenes Ölkranzes wenigstens sich und seinen Mitbürgern als Inhaber des nationalen Primats galt, kam ungefähr darauf hinaus, wie wenn man in England die Sieger der Studentenregatten mit Pitt und Baconsfield in eine Linie stellen wollte. Die Ausdehnung der hellenischen Nation durch Kolonisierung und Hellenisierung fand in ihrer idealen Einheit und realen Zerfahrenheit in diesem traumhaften Reich des Olivenkranzes ihren rechten Ausdruck. Und die griechische Realpolitik der Diadochenzeit hat sich denn auch um dasselbe wie billig wenig bekümmert. Aber als die Kaiserzeit in ihrer Weise den panhellenischen Gedanken aufnahm und die Römer in die Rechte und die Pflichten der Hellenen eintraten, da blieb oder ward für das römische Al-Hellas Olympia das rechte Symbol, erscheint doch unter Augustus der erste römische Olympionike und zwar kein geringerer als Augustus' Stiefsohn, der spätere Kaiser Tiberius. Das nicht reinliche Ehebündnis, welches das Al-Hellenentum mit dem Dämon des Spieles einging, machte aus diesen Festen eine ebenso mächtige und dauernde wie im Allgemeinen und besonders für Hellas schädliche Institution. Die gesamte hellenische und hellenisierende Welt beteiligte sich daran, sie beschickend und sie nachahmend. Überall sprangen ähnliche, für die ganze griechische Welt bestimmte Feste aus dem Boden und die eifrige Anteilnahme der breiten Massen, das allgemeine Interesse für den einzelnen Wettkämpfer, der Stolz des Siegers nicht bloß, sondern seines Anhangs und seiner Heimat, ließen fast vergessen, um welche Dinge eigentlich gestritten ward. Die römische Regierung ließ diesen Wettturnen und den sonstigen Wettkämpfen nicht bloß freien Lauf, sondern beteiligte das Reich an denselben. Das Recht der feierlichen Einholung des Siegers in seine Heimatstadt hing in der Kaiserzeit nicht von dem Belieben der betreffenden Bürgerschaft ab, sondern wurde den einzelnen Spielinstituten durch kaiserliches Privilegium verliehen und in diesem Fall auch die dem Sieger zustehende jährliche Pension auf die Reichskasse übernommen, die bedeutenderen Spielinstitute also geradezu als Reichseinrichtungen behandelt. Diese Spielwesen erfasste, wie das Reich selbst, so alle Provinzen, immer aber war das eigentliche Griechenland der ideale Mittelpunkt solcher Kämpfe und Siege. Hier ihre Heimat am Alpios, hier der Sitz der ältesten Nachbildungen, der noch der großen Zeit des hellenischen Namens Angehörigen und von ihren klassischen Dichtern verherrlichten Pythien, Istmien und Nehmen. Nicht minder eine Anzahl jüngerer, aber reich ausgestatteter ähnlicher Feste, der Eurycleen, die der oben erwähnte Herr von Sparta unter Augustus gegründet, der athenischen Panathenäen, der von Hadrian mit kaiserlicher Monifizenz dotierten, ebenfalls in Athen gefeierten Panhellenien. Man durfte sich verwundern, dass die ganze Welt des weiten Reiches sich um diese Turnfeste zu drehen schien, aber nicht darüber, dass an diesem seltsamen Zauberbecher vor allem die Hellenen sich berauschten und dass das politische Stilleben, das ihre besten Männer ihnen anempfahlen, durch die Grenze und die Statuen und die Privilegien der Festsieger in schädlichster Weise verwirrt ward. Einen ähnlichen Weg gingen die städtischen Institutionen allerdings im ganzen Reich, aber wiederum vorzugsweise in Hellers. Als es dort noch große Ziele und einen Ehrgeiz gab, hatte in Hellers, eben wie in Rom, die Bewerbung um die Gemeindeämter und die Gemeinde Ehren den Mittelpunkt des politischen Wetteifers gebildet und neben vielem leeren, lächerlichen, bösartigen, auch die tüchtigsten und edelsten Leistungen hervorgerufen. Jetzt war der Kern verschwunden, die Schale geblieben. In Panopäus, im Pokischen, standen zwar die Häuser ohne Dach und wohnten die Bürger in Hütten, aber es war noch eine Stadt, ja ein Staat, und bei dem Aufzug der pokischen Gemeinden fehlten die Panopäer nicht. Diese Städte trieben mit ihren Ämtern und Priestertümern, mit den Belobigungsdekreten durch Heroldsruf und den Ehrensitzen bei den öffentlichen Versammlungen, mit dem purpur Gewand und dem Diadem, mit den Statuen zu Fuß und zu Ross, ein Eitelkeits- und Geldgeschäft schlimmer als der kleinste Duodess-Fürst der neueren Zeit mit seinen Orten und Titeln. Es werte auch in diesen Vorgängen das wirkliche Verdienst und die ehrliche Dankbarkeit nicht gefehlt haben, aber durchgängig war es ein Handel auf Geben und Nehmen, oder, mit Plotar zu reden, ein Geschäft wie zwischen der Kürtisane und ihren Kunden. Wie heutzutage die private Monifizenz im Positiv den Orten und im Superlativ den Adel bewirkt, so verschaffte sie damals dem priesterlichen Purpur und die Bildseile auf dem Markt, und nicht ungestraft treibt der Staat mit seinen Ehren Falschmünzerei. In der Massenhaftigkeit derartiger Prozeduren und der Rohheit ihrer Formen stehen die heutigen Leistungen hinter denen der alten Welt beträchtlich zurück, wie natürlich, da die durch den Staatsbegriff nicht genügend gebändigte, scheinhafte Autonomie der Gemeinde auf diesem Gebiet ungehindert schaltete und die dekretierenden Behörden durchgängig die Bürgerschaften oder die Räte von Kleinstädten waren. Die Folgen waren nach beiden Seiten verderblich. Die Gemeindeämter wurden mehr nach der Zahlungsfähigkeit als nach der Tüchtigkeit der Bewerber vergeben, die Schmeuse und Spenden machten die Beschenkten nicht reicher und den Schenker oftmals arm. An dem Zunehmen der Arbeitsscheu und dem Vermögensverfall der guten Familie trägt diese Unsitte ihren vollgemessenen Anteil. Auch die Wirtschaft der Gemeinden selbst litt schwer unter dem Umsichtgreifen der Adulation. Zwar waren die Ehren, mit welchen die Gemeinde dem einzelnen Wohltäter dankte, großenteils nach demselben verständigen Prinzip der Billigkeit bemessen, welches heutzutage die ähnlichen dekorativen Vergünstigungen beherrscht und wo das nicht der Fall war, fand häufig der Wohltäter sich bereit, zum Beispiel die ihm zu setzende Bildseile selber zu bezahlen. Aber nicht dasselbe gilt von den Ehrenbezeugungen, welche die Gemeinde vornehmen Ausländern, vor allem den Stadthaltern und den Kaisern, wie den Gliedern des kaiserlichen Hauses erwies. Die Richtung der Zeit auf Wertschätzung auch der inhaltlosen und obligaten Huldigung beherrschte den kaiserlichen Hof und die römischen Senatoren nicht so wie die Kreise des kleinstädtischen Ehrgeizes, aber doch auch in sehr fühlbarer Weise. Und selbstverständlich wuchsen die Ehren und die Huldigungen einmal im Laufe der Zeit durch die ihnen eigene Vernutzung und ferner in demselben Maß wie die Geringhaltigkeit der Regierenden oder an der Regierung beteiligten Persönlichkeiten. Begreiflicherweise war in dieser Hinsicht das Angebot immer stärker als die Nachfrage und diejenigen, die solche Huldigungen richtig würdigten, um davon verschont zu bleiben, genötigt sie abzuwehren, was im einzelnen Fall oft genug aber konsequenterweise selten geschehen zu sein scheint, für Tiberius darf die geringe Anzahl der ihm errichteten Bildsäulen vielleicht unter seinen Ruhmestiteln verzeichnet werden. Die Ausgaben für Ehrendenkmäler, die oft weit über die einfache Statue hinausgingen und für Ehrengesandtschaften, sind ein Krebsschaden gewesen und immer mehr gewahrten an dem Gemeindehaushalt aller Provinzen. Aber keine Wohl hat im Verhältnis zu ihrer geringen Leistungsfähigkeit so große Summen unnütz aufgewandt wie die Provinz von Hellas. Das Mutterland wie der Festsieger, so auch die Gemeinde ehren und in einem Prinzipat in dieser Zeit unübertroffen in dem der bedienten Demut und untertänigen Huldigung. Dass die wirtschaftlichen Zustände Griechenlands nicht günstig waren, braucht kaum noch besonders ausgeführt zu werden. Das Land im Ganzen genommen ist nur von mäßiger Fruchtbarkeit die Ackerfluren von beschränkter Ausdehnung, der Weinbau auf dem Kontinent nicht von hervorragender Bedeutung, mehr die Kultur der Olive. Da die Brüche des berühmten Marmors, des glänzend-weißen Attischen wie des grünen Charustischen, wie die meisten übrigen, zum Domanialbesitz gehörten, kam deren Ausbeutung durch die kaiserlichen Sklaven der Bevölkerung wenig zugute. Die gewerbsfleißigste der griechischen Landschaften war die der Achäer, wo die seit langem bestehende Fabrikation von Wollstoffen sich behauptete und in der wohlbevölkerten Stadt Paträer zahlreiche Spinnereien den feinen, elischen Flax zu Kleidern und Kopfnetzen verarbeiteten. Die Kunst und das Kunsthandwerk blieben auch jetzt noch vorzugsweise den Griechen und von den Massen besonders pentelischen Marmors, welche die Kaiserzeit verbraucht hat, muss ein nicht geringer Teil an Ort und Stelle verarbeitet worden sein. Überwiegend aber übten die Griechen beide im Ausland. Von dem früher so bedeutenden Export des griechischen Kunstgewerbes ist in dieser Zeit wenig die Rede. Den regsten Verkehr hatte die Stadt der beiden Meere, Korinth, die allen Hellenen gemeinsame, stets von Fremden wimmelnde Metropole, wie ein Redner sie bezeichnet. In den beiden römischen Kolonien Korinth und Paträ und außerdem in dem stets von schauenden und lernenden Ausländern gefüllten Athen konzentrierte sich das größere Bankiergeschäft der Provinz, welches in der Kaiserzeit wie in der republikanischen zum großen Teil in den Händen dort ansässiger Italiker lag. Auch in Plätzen zweiten Ranges wie in Argos, Elis, Mantinea im Peloponnes bilden die ansässigen römischen Kaufleute einige neben der Bürgerschaft stehende Genossenschaften. Im Allgemeinen lag in Achea Handel und Verkehr dann nieder, namentlich seit Rodos und Delos aufgehört hatten, Stapelplätze für den Zwischenverkehr zwischen Asien und Europa zu sein und dieser sich nach Italien gezogen hatte. Die Piraterie war gebändigt und auch die Landstraßen wohl leidlich sicher, aber damit kehrte die alte, glückliche Zeit noch nicht zurück. Der Verödung des Piraeus wurde schon gedacht, es war ein Ereignis, wenn eines der großen ägyptischen Getreideschiffe sich einmal dorthin verehrte. Nauplia, der Hafen von Argos, nach Patræ, der bedeutendsten Küstenstadt des Peloponnes, lag ebenso wüst. Dem entspricht es, dass für die Straßen dieser Provinz in der Kaiserzeit so gut wie nichts geschehen ist. Römische Meilensteine haben sich nur in der Nähe von Patræ und von Athen gefunden und auch diese gehören den Kaisern aus dem Ende des dritten und dem vierten Jahrhundert. Offenbar haben die früheren Regierungen darauf verzichtet, hier Kommunikationen herzustellen. Nur Hadrian unternahm es, wenigstens die so wichtige wie kurze Landverbindung zwischen Korinth und Megara über den schlimmen, skironischen Klippenpass durch gewaltige ins Meer geworfene Dämme zu einer fahrbaren Straße zu machen. Der seit langem verhandelte Plan, die korinthische Landenge zu durchstechen, den der Diktator Cäsar aufgefasst hatte, ist späterhin erst von Kaiser Gaius, dann von Nero, in Angriff genommen worden. Letzterer hat sogar bei seinem Aufenthalt in Griechenland persönlich zu dem Kanal den ersten Stich getan und eine Reihe von Monaten hindurch 6000 jüdische Kriegsgefangene an demselben arbeiten lassen. Bei den in unseren Tagen wieder aufgenommenen Durchsticharbeiten sind bedeutende Reste dieser Bauten zum Vorschein gekommen, welche zeigen, dass die Arbeiten ziemlich weit vorgeschritten waren, als man sie abbrach, wahrscheinlich nicht infolge der einige Zeit nachher im Westen ausbrechenden Revolution, sondern weil man hier, eben wie bei dem ähnlichen ägyptischen Kanal, infolge des irrigerweise vorausgesetzten verschiedenen Höhenstandes der beiden Meere bei Vollendung des Kanals den Untergang der Insel, Ägina und weiteres Unheil befürchtete. Freilich würde dieser Kanal, wenn er vollendet worden wäre, wohl den Verkehr zwischen Asien und Italien abgekürzt haben, aber Griechenland selbst nicht vorwiegend zugute gekommen sein. Dass die Landschaften nördlich von Hellas, Thessalien und Makedonien und wenigstens seit drei Jahren auch Epirus in der Kaiserzeit administrativ von Griechenland getrennt wurden, ist schon bemerkt worden. Von diesen hat die kleine epirotische Provinz, die von einem kaiserlichen Stadthalter zweiten Ranges verwaltet wurde, sich niemals von der Verwüstung erholt, welche im Verlauf des Dritten Makedonischen Krieges über sie ergangen war. Das bergige und arme Binnenland besaß keine namhafte Stadt und eine dünn gesäte Bevölkerung. Die nicht minder verödete Küste war Augustus zu heben bemüht durch eine doppelte Städteanlage, durch die Vollendung der schon von Cäsar beschlossenen Kolonie römischer Bürgerin Butrotum, Kerkürer gegenüber, die indes zu keiner rechten Blüte gelangte und durch die Gründung der griechischen Stadt Nikopolis an eben der Stelle, wo vor der aktischen Entscheidungsschlacht das Hauptquartier gestanden hatte, an dem südlichsten Punkte von Epirus, anderthalb Stunden nördlich von Prävesa, nach Augustus Absicht zugleich ein dauerndes Denkmal des großen Seesieges und der Mittelpunkt neu aufblühenden hellenischen Lebens. Diese Gründung ist in ihrer Art als römische neu. An Ambrachias Stadt und des amphylochischen Argos, an Thyreons und an Naktoreons Stadt, auch an Leukas Stadt und was von Städten noch ringsum rasend des Ares Speer weiter zu Boden gestreckt, gründet die Siegstadt Cäsar, die Heilige, also dem König Phöbus Apollon, mit ihr dankend den aktischen Sieg. Diese Worte eines gleichzeitigen griechischen Dichters sprechen einfach aus, was Augustus hier getan hat. Das ganze umliegende Gebiet, das südliche Epirus, die gegenüberliegende Landschaft, Akananien mit der Insel Leukas, selbst einen Teil von Aetolien, vereinigte er zu einem Stadtgebiet und siedelte die, in den dort vorhandenen verkümmerten Ortschaften, noch übrigen Bewohner, über nach der neuen Stadt Nikopolis, der gegenüber auf dem arkanischen Ufer der alte Tempel des aktischen Apollon in prachvoller Weise erneuert und erweitert wacht. Eine römische Stadt ist nie in dieser Weise gegründet worden, dies ist der Synechismus der Alexandriden. Ganz in derselben Weise haben König Kassandros, die makedonischen Städte Thessalonike und Kassandreia, Demetrius, der Städtebezwinger, die thessalische Stadt Demetrias, Lysimachos, die Stadt Lysimachea, auf dem tragischen Kersones aus einer Anzahl umliegender, ihrer Selbstständigkeit entkleideter Ortschaften zusammengelegt. Dem griechischen Charakter der Gründung entsprechend sollte Nikopolis nach der Absicht seines Stifters eine griechische Großstadt werden. Sie erhielt Freiheit und Autonomie wie Athen und Sparta und sollte, wie bereits angegeben ward, in der das gesamte Hellas Vertretenden am Fiktionie den fünften Teil der Stimmen führen und zwar, wie Athen, ohne mit anderen Städten zu wechseln. Das neue aktische Apollo-Heiligtum war völlig nach dem Muster von Olympia eingerichtet, mit einem Vier-Jahr-Fest, das selbst den Namen des Olympischen neben dem eigenen führte, gleichen Rang und gleiche Privilegien, auch seine Aktiaden, wie jenes seiner Olympiaden hatte, die Stadt Nikopolis verhielt sich dazu wie die Stadt Elis zu dem Olympischen Tempel. Sorgfältig ward bei der städtischen Einrichtung sowohl wie bei der religiösen Ordnung alles eigentlich italische vermieden, so nahe es lag, die mit der Reichsbegründung so innig verknüpfte Siegestadt in römische Weise zu gestalten. Wer die augustischen Ordnungen in Hellas in Zusammenhang erwägt und namentlich und namentlich diesen merkwürdigen Schlussstein, wird sich der Überzeugung nicht verschließen können, dass Augustus eine Reorganisation von Hellas unter dem Schutz des römischen Prinzipats ausführbar geglaubt hat und hat ausführen wollen. Die Örtlichkeit wenigstens war dafür wohl gewählt, da es damals, vor der Gründung von Paträa, an der ganzen griechischen Westküste keine größere Stadt gab. Aber was Augustus im Anfang seiner Alleinherrschaft hoffen mochte, hat er nicht erreicht, vielleicht selbst schon späterhin aufgegeben, als er Paträa die Farm der römischen Kolonie gab. Nikopolis blieb, wie die ausgedehnten Ruinen und die zahlreichen Münzen beweisen, verhältnismäßig bevölkert und blühend, aber seine Bürger scheinen weder im Handel und Gewerbe noch anderweitig hervorragend eingegriffen zu haben. Das nördliche Epirus, welches, ähnlich wie das angrenzende zu Makedonien gelegte Illyricum, zum größeren Teil von albanesischen Völkerschaften bewohnt war und nicht unter Nikopolis gelegt war, ist in der Kaiserzeit in seinen einigermaßen noch heute fortbestehenden primitiven Verhältnissen verblieben. Epirus und Illyricum, sagt Strabon, ist zum großen Teil eine Einöde. Wo sich Menschen finden, wohnen sie in Dörfern und in Trümmern frühere Städte. Auch das, im mitratatischen Kriege, von den Thrakern verwüstete Orakel von Dodona, ist erloschen wie das übrige alles. Thessalien, an sich eine rein hellenische Landschaft, so gut wie Ätholien und Arkananien, war in der Kaiserzeit administrativ von der Provinz Achaia getrennt und stand unter dem Stadthalter von Makedonien. Was von Nordgriechenland gilt, trifft auch auf Thessalien zu. Die Freiheit und Autonomie, welche Cäsar den Thessalien allgemein zugestanden oder vielmehr nicht entzogen hatte, scheint ihnen wegen Missbrauchs von Augustus genommen worden zu sein, so dass späterhin nur Pharsalos diese Rechtsstellung behalten hat. Römische Kolonisten sind in der Landschaft nicht angesiedelt worden. Ihren besonderen Landtag in Larisa behielt sie und auch die städtische Selbstverwaltung ist, wie den abhängigen Griechen in Achaia, so den Thessalern geblieben. Thessalien ist weitaus die fruchtbarste Landschaft der ganzen Halbinsel und führte noch im 4. Jahrhundert Getreide aus, nichtsdestoweniger sagt Dion von Prusa, dass auch der Peneus durch Wüstes Land fließe und es ist in der Kaiserzeit in dieser Landschaft nur in sehr geringem Umfang gemünzt worden. Um die Herstellung von Landstraßen haben Hadrian und Diokletian sich bemüht, aber auch, so viel wir sehen, von den römischen Kaisern sie allein. Makedonien als römischer Verwaltungsbezirk der Kaiserzeit ist, verglichen mit dem Makedonien der Republik, wesentlich verkleinert. Allerdings reicht es wie dieses von Meer zu Meer, in dem die Küste sowohl des Ägäischen Meeres von der zu Makedonien gehörigen Landschaft Thessalien an bis zur Mündung des Nestos, wie auch die des Adriatischen vom Aos bis zum Drilon diesen Distrikt zugerechnet wurden. Das letztere Gebiet, nicht eigentlich makedonisches, sondern illyrisches Land, aber schon in republikanischer Zeit dem Stadthalter Makedoniens zugewiesen, ist auch in der Kaiserzeit bei der Provinz geblieben. Aber dass Griechenland südlich vom Oeter davon getrennt ward, wurde schon gesagt. Die Nordgrenze gegen Mösien und die Ostgrenze gegen Thakien blieben zwar insofern unverändert, als die Provinz in der Kaiserzeit so weit reichte, wie auch das eigentliche Makedonien der Republik gereicht hatte, das heißt nördlich etwa bis zum Tal, des Eregon, östlich bis zum Fluss Nestos, aber wenn in republikanischer Zeit die Dardaner und die Thraker und sämtliche dem makedonischen Gebiet benachbarte Völkerschaften des Nordens und des Nordostens in ihren friedlichen wie in ihren kriegerischen Berührungen mit diesem Stadthalter zu tun hatten und insofern gesagt werden konnte, dass die makedonische Grenze so weit reiche wie die römischen Lanzen, so gebot der makedonische Stadthalter der Kaiserzeit nur über den ihm angewiesenen, nirgends mehr mit halb oder ganz unabhängigen Nachbarn grenzenden Bezirk. Da der Grenzschutz zunächst auf das in römische Botmäßigkeit gelangte Thrakerreich und bald auf den Stadthalter der neuen Provinz Mösien überging, so wurde der von Makedonien seines Kommandos von vornherein enthoben. Es ist auch auf makedonischem Boden in der Kaiserzeit kaum gefochten worden, nur die barbarischen Dardaner am oberen Axios brandschatzten zuweilen noch die friedliche Nachbarprovinz. Auch von örtlichen Auflehnungen wird aus dieser Provinz nichts berichtet. Von den südlicheren griechischen Landschaften entfernt sich diese nördlichste sowohl in dem nationalen Fundament wie in der Stufe der Zivilisation. Wenn die eigentlichen Makedonier an dem Unterlauf des Halliakmon und des Axios bis zum Strümon ein ursprünglich griechischer Stamm sind, dessen Verschiedenheit von den südlicheren Hellenen für die gegenwärtige Epoche keine Bedeutung mehr hat, und wenn die hellenische Kolonisation beide Küsten in ihren Kreis hineingezogen hat, im Westen mit Apollonia und Dürhachion, im Osten namentlich mit den Ortschaften der Halbinsel Kalkidike, so ist dagegen das Binnenland der Provinz von einem Gewimmel ungriechischer Völker erfüllt, das von den heutigen Zuständen auf dem gleichen Gebiet mehr in seinen Elementen als in seinem Ergebnis sich unterschieden haben wird. Nachdem die bis in diese Gegend vorgedrungenen Kelten, die Skwardisker, von den Feldherren der römischen Republik zurückgedrängt worden waren, teilten sich in das innere Makedonien insbesondere illyrische Stämme im Westen und Norden, Trakische im Osten. Von beiden ist schon früher gesprochen worden, hier kommen sie nur insofern in Betracht, als die griechische Ordnung, wenigstens die städtische, bei diesen Stämmen wohl, wie in der früheren, so auch in der Kaiserzeit, nur in beschränktem Maße eingeführt worden ist. Überall ist ein energischer Zug städtischer Entwicklung nie durch das makedonische Binnenland gegangen, die entlegeneren Landschaften sind wenigstens der Sache nach kaum über die Dorfwirtschaft hinausgekommen. Die griechische Politik Politik selbst ist aus diesem Königsland nicht so wie in dem eigentlichen Hellas aus sich selber erwachsen, sondern durch die Fürsten eingeführt worden, die mehr Hellenen waren als ihre Untertanen. Welche Gestalt sie gehabt hat, ist wenig bekannt, doch lässt die in Thessalonike, Edessa, Lethe, gleichmäßig wiederkehrende, anderswo nicht begegnende Stadtvorstandschaft, der Politarchen, auf eine merkliche und ja auch an sich wahrscheinliche Verschiedenheit der makedonischen Stadtverfassung, von der sonst in Hellas üblichen schließen. Die griechischen Städte, welche die Römer vorfanden, haben ihre Organisation und ihre Rechte behalten, die bedeutendste derselben Thessalonike, auch die Freiheit und die Autonomie. Es bestand ein Bund und ein Landtag der makedonischen Städte, ähnlich wie in Achaia und Thessalien. Erwähnung verdient, als ein Zeugnis für die nachwirkende Erinnerung der alten großen Zeit, dass noch in der Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus der Landtag von Makedonien und einzelne makedonische Städte Münzen geprägt haben, auf denen der Kopf und der Name des regierenden Kaisers durch den Alexanders des Großen ersetzt sind. Die ziemlich zahlreichen Kolonien römischer Bürger, welche Augustus in Makedonien eingerichtet hat, Bülis, Unweit Apollonia, Dyrachium am Adriatischen Meer, an der anderen Küste Dium, Pella, Kassandrea, in dem eigentlich tragischen Gebiet Philippi, sind sämtlich ältere griechische Städte, welche nur eine Anzahl Neubürger und eine andere Rechtstellung erhielten und zunächst ins Leben gerufen durch das Bedürfnis, die ausgedienten italischen Soldaten, für die in Italien selbst kein Platz mehr war, in einer zivilisierten und nicht stark bevölkerten Provinz unterzubringen. Auch die Gewährung des italischen Rechts erfolgte gewiss nur, um den Veteranen die Ansiedlung im Ausland zu vergolden. Dass ein Hineinziehen Makedoniens in die italische Kulturentwicklung niemals beabsichtigt war, dafür zeugt, von allem anderen abgesehen, dass Thessalonike griechisch und die Hauptstadt des Landes blieb. Daneben Gedi Philippi, eigentlich eine der nahen Goldbergwerke, wegen angelegter Grubenstadt, von den Kaisern begünstigt als Städte der die Monarchie definitiv begründeten Schlacht und wegen der zahlreichen an derselben beteiligten und nachher dort angesiedelten Veteranen. Römische, nichtkoloniale Gemeindeverfassung hat bereits in der ersten Kaiserzeit Stobi erhalten, die schon erwähnte nördlichste Grenzstadt Makedoniens gegen Mösien am Einfluss des Eregion in den Axios, kommerziell wie militärisch eine wichtige Position und vermutlich schon in makedonischer Zeit zu griechischer Politik gelangt. In wirtschaftlicher Hinsicht ist für Makedonien auch unter den Kaisern von Staatswegen wenig geschehen, wenigstens tritt eine besondere Fürsorge derselben für diese nicht unter ihrer eigenen Verwaltung stehende Provinz nirgends hervor. Um die schon unter der Republik angelegte Militärstraße quer durch das Land von Dyrachium nach Thessalonike, eine der wichtigsten Verkehrsadern des ganzen Reiches haben sich, so viel wir wissen, erst die Kaiser des dritten Jahrhunderts, zuerst Severus Antonius wieder bemüht, die ihr anliegenden Städte Lychnidus am Ochreder See und Herik Clea Lynchestis haben nie viel bedeutet. Dennoch war Makedonien wirtschaftlich besser bestellt als Griechenland. Es übertrifft dasselbe weitaus an Furchtbarkeit wie noch heute die Provinz von Thessalonike relativ gut bebaut und wohlbevölkert ist, so wird auch in der Reichsbeschreibung aus Konstantius Zeit allerdings als Konstantinopel schon bestand Makedonien zu den besonders wohlhabenden Bezirken gerechnet. Wenn für Achaia und Thessalien unsere, die römische Aushebung betreffenden Dokumente schlechthin versagen, so ist dagegen Makedonien dabei namentlich auch für die Kaisergarde in bedeutendem Umfang stärker als die meisten griechischen Landschaften in Anspruch genommen worden, wobei freilich die Gewöhnung der Makedonier an den regelmäßigen Kriegsdienst und ihre vorzügliche Qualifikation für denselben, wohl auch die relativ geringe Entwicklung des städtischen Wesens in dieser Provinz in Anschlag zu bringen sind. Thessalonike, die Metropole der Provinz und deren volkreichste und gewerbreichste Stadt dieser Zeit, gleichfalls in der Literatur mehrfach vertreten, hatte auch in der politischen Geschichte durch den tapferen Widerstand, den seine Bürger in den schrecklichen Zeiten der guten Einfälle den Barbaren entgegensetzten, sich einen Ehrenplatz gesichert. Wenn Makedonien ein halbgriechisches, so war Thrakien ein nichtgriechisches Land. Von dem großen, aber für uns verschollenen thrakischen Stamm ist früher gesprochen worden. In seinem Bereich ist der Hellenismus lediglich von außen gelangt und es wird nicht überflüssig sein, zunächst rückblickend darzulegen, wie oft der Hellenismus an die Pfarten der südlichsten Landschaft, welche dieser Stamm inne hatte und die wir noch nach ihm nennen, bis dahin gepocht und wie wenig er bis dahin im Binnenland erreicht hatte, um deutlich zu machen, was Rom hier nachzuholen blieb und was es nachgeholt hat. Zuerst Philippus, der Vater Alexanders, unterwarf Thrakien und gründete nicht bloß Kalybe in der Nähe von Byzantion, sondern im Herzen des Landes die Stadt, die seitdem seinen Namen trägt. Alexander, auch hier der Vorläufer der römischen Politik, gelangte an und über die Donau und machte diesen Strom zur Nordgrenze seines Reiches. Die Thraker in seinem Heere haben bei der Unterwerfung Asiens nicht die letzte Rolle gespielt. Nach seinem Tode schien der Hellespont einer der großen Mittelpunkte der neuen Staatenbildung, das weite Gebiet von dort bis an die Donau, die nördliche Hälfte eines griechischen Reiches werden zu sollen, der Residenz des ehemaligen Stadthalters von Thrakien, Lysimachos, der auf dem thrakischen Kersones neu gegründeten Stadt Lysimachea eine ähnliche Zukunft zu winken, wie den Residenzen der Marschstelle von Syrien und Ägypten. Die Selbstständigkeit dieses Reiches überdauerte den Fall seines ersten Herrschers nicht. In dem Jahrhundert, welches von da bis auf die Begründung der Vormachtstellung Roms im Orient verging, versuchten bald die Seleokiden, bald die Ptolemäer, bald die Ataliden, die europäischen Besitzungen des Lysimachos in ihre Gewalt zu bringen, aber sämtlich ohne dauernden Erfolg. Das Reich von Thülis im Hämus, welches die Kelten nicht lange nachdem Alexanders ungefähr gleichzeitig mit ihrer bleibenden Niederlassung in Kleinasien im mösisch-thrakischen Gebiet gegründet hatten, vernichtete er die Saat griechischer Zivilisation in seinem Bereich und erlag selber während des Hannibalischen Krieges den Angriffen der Thraker, die diese Eingedrungenen bis auf den letzten Mann ausrotteten. Seitdem gab es in Thrakien eine führende Macht überhaupt nicht. Die zwischen den griechischen Küstenstädten und den Fürsten der einzelnen Stämme bestehenden Verhältnisse, die ungefähr denen vor Alexander entsprechen mochten, erläutert die Schilderung, die Polybius von der bedeutendsten dieser Städte gibt. Wo die Byzantier gesät haben, da ernten die thrakischen Barbaren und es hilft gegen diese weder das Schwert noch das Geld, schlagen die Bürger einen der Fürsten, so fallen dafür drei andere in ihr Gebiet und kaufen sie einen ab, so verlangen fünf mehr den gleichen Jahrzins. Dem Bestreben der späteren makedonischen Herrscher, in Thrakien wieder festen Fuß zu fassen und namentlich die griechischen Städte der Südküste in ihre Gewalt zu bringen, traten die Römer entgegen, teils um Makedoniens Machtentwicklung überhaupt niederzuhalten, teils um nicht die wichtige nach dem Orient führende Königstraße, diejenige, die auf Xerxes nach Griechenland, die Scipionen, gegen Antiochus marschierten, in ihrer ganzen Ausdehnung in makedonische Hand kommen zu lassen. Schon nach der Schlacht bei Kynos Gefahle wurde die Grenzlinie ungefähr so gezogen, wie sie seitdem geblieben ist. Öfter versuchten die beiden letzten makedonischen Herrscher, sich dennoch in Thrakien, sei es geradezu festzusetzen, sei es dessen einzelne Fürsten durch Verträge an sich zu knüpfen. Der letzte Philippus hat sogar Philippopolis abermals gewonnen und Besatzung hineingelegt, die die Odrösen freilich bald wieder vertrieben. Zu dauernder Festsetzung gelangte weder er noch sein Sohn und die nach der Auflösung Makedoniens den Thrakern von Rom eingeräumte Selbstständigkeit zerstörte, was dort etwa von hellenischen Anfängen noch übrig sein mochte. Thrakien selbst wurde zum Teil schon in republikanischer, entschiedener in der Kaiserzeit römisches Lehnfürstentum, dann im Jahre 46 nach Christus römische Provinz, aber die Hellenisierung des Landes war nicht hinausgekommen über den Saum griechischer Pflanzstätte, welcher in frühester Zeit sich auch um diese Küste gelegt hatte und im Laufe der Zeit eher gesunken als gestiegen. So mächtig und bleibend die makedonische Kolonisation den Osten ergriffen, so schwach und vergänglich hat sie Thrakien berührt. Philipp und Alexander selbst scheinen die Ansiedlungen in diesem Lande widerwillig vorgenommen und gering geschätzt zu haben. Bis weit in die Kaiserzeit hinein ist das Land den Eingeborenen, sind die an der Küste übrig gebliebenen, fast alle heruntergekommenen Griechenstätte ohne griechisches Hinterland geblieben. Dieser von der makedonischen Grenze an bis zum taurischen Kersonnesos sich erstreckende Kranz hellenischer Städte ist sehr ungleich geflochten. Im Süden ist er dicht geschlossen, von Abdera an bis nach Byzantion an den Dardanellen. Doch hat keine dieser Städte in späterer Zeit eine hervorragende Bedeutung gehabt, mit Ausnahme von Byzantion, dass durch die Fruchtbarkeit seines Gebietes die einträgliche Thunfischerei, die ungemein günstige Handelslage, den Gewerbefleiß und die durch die exponierte Lage nur gesteigerte und gestellte Tüchtigkeit seiner Bürger auch den schwersten Zeiten der hellenischen Anarchie zu trotzen gewusst hatte. Bei weitem dürftiger hatte die Ansiedlung sich an der Westküste des Schwarzen Meeres entwickelt. An der später zur römischen Provinz Thrakien gehörigen war nur Mesembria von einiger Bedeutung an der später mösischen Odessos und Thomis. Jenseits der Donaumündung und der römischen Reichsgrenze an dem Nordgestade des Pontus lagen mitten im Barbarenland Thyra und Olbier. Weiterhin machten die alten und großen griechischen Kaufstädte in der heutigen Krim, Heraklea oder Kersonesos und Pantikapäon einen stattlichen Schlussstein. Alle diese Ansiedlungen, Genossen des römischen Schutzes, seien die Römer überhaupt die Vormacht auf dem griechisch-asiatischen Kontinent geworden waren und der starke Arm, der das eigentliche hellenische Land oft schwer traf, verhinderte hier wenigstens Katastrophen wie die Zerstörung von Lysimachea. Die Beschützung dieser Griechen gehörte in republikanischer Zeit zu den Obliegenheiten teils des Stadthalters von Makedonien, teils des von Bithinien, seit auch dies römisch war. Byzantion ist später bei Bithinien geblieben. Im Übrigen ging in der Kaiserzeit nach Einrichtung der Stadthalterschaft von Mösien und später derjenigen von Thrakien die Schutzleistung auf diese über. Schutz und Gunst gewährte diesen Griechen Rom von jeher. Aber um die Ausdehnung des Hellenismus hat weder die Republik noch die frühere Kaiserzeit sich bemüht. Nachdem Thrakien römisch gewachsen war, ist es in Landkreise eingeteilt worden und bis fast an das Ende des ersten Jahrhunderts ist dort keine Stadtanlage zu verzeichnen, mit Ausnahme zweier Pflanzstädte des Claudius und des Vespasianus. Apri im Binnenland, nicht weit von Perintos und Deultus an der nördlichsten Küste. Domitian hat damit begonnen, griechische Stadtverfassung im Binnenland einzuführen, zuerst für die Landeshauptstadt Philippopolis. Unter Trajanus erhielten eine Reihe anderer thrakischer Ortschaften das gleiche Stadtrecht. Toperus unweit Abdera, Nikopolis am Nestos, Plotinopolis am Hebros, Pautalia bei Köstendil, Serdica, jetzt Sophia, Augusta Trajana bei Alt-Zagora, ein zweites Nikopolis am nördlichen Abhang des Hämus, außerdem an der Küste, Trianapolis an der Hebrusmündung, ferner unter Hadrian, Adrianopolis, das heutige Adrianopel. Alle diese Städte waren nicht Kolonien von Ausländern, sondern nach dem vom Augustus in dem epirotischen Nikopolis aufgestellten Muster zusammengefasste griechisch organisierte Politien, es war eine Zivilisierung und Hellenisierung der Provinz von oben herab. Ein thrakischer Landtag bestand seitdem in Philippopolis ebenso wie in den eigentlich griechischen Landschaften. Dieser letzte Trieb des Hellenismus ist nicht der schwächste. Das Land ist reich und anmutig, eine Münze der Stadt Pautalia preist den vierfachen Segen der Ehren, der Trauben, des Silbers und des Goldes und Philippopolis sowie das schöne Tal, der Tundia, sind die Heimat der Rosenzucht und des Rosenöls und die Kraft des thrakischen Schlages war nicht gebrochen. Es entwickelte sich hier eine dichte und wohlhabende Bevölkerung. Der starken Aushebung in Thrakien wurde schon gedacht und in der Tätigkeit der städtischen Münzstätten stehen für diese Epoche wenige Gebiete Thrakien gleich. Als Philippopolis im Jahre 251 den Goten erlag, soll es 100.000 Einwohner gezählt haben. Auch die energische Parteinahme der Byzantier für den Kaiser des griechischen Ostens, Peskenius Niger und der mehrjährige Widerstand, den die Stadt noch nach dessen Untergang dem Sieger entgegenstellte, zeigen die Mittel und den Mut dieser thrakischen Städte. Wenn die Byzantier auch hier unterlagen und sogar eine Zeit lang ihr Stadtrecht einbüßten, so sollte bald die durch den Aufschwung des thrakischen Landes sich vorbereitende Zeit eintreten, wo Byzantion das neue hellenische Rom und die Hauptresidenz des umgewandelten Reiches ward. In der benachbarten Provinz Untermösien hat sich, freilich in geringerem Maße eine ähnliche Entwicklung vollzogen. Die griechischen Küstenstädte, deren Metropole wenigstens in römischer Zeit Thomis war, wurden wahrscheinlich bei Konstituierung der römischen Provinz Mösien zusammengefasst als Fünf-Städte-Bund des linken Ufers des Schwarzen Meeres oder, wie er auch sich nennt, der Griechen. Das heißt, der Griechen dieser Provinz. Später ist als sechste Stadt die unweit der Küste an der thrakischen Grenze von Trajan angelegte und gleich den tragischen griechisch geordnete Stadt Makianopolis diesen Bund angeschlossen worden. Dass die Lagerstädte am Donauufer und überhaupt die im Binnenland von Rom ins Leben gerufenen Ortschaften nach italischem Muster eingerichtet worden, ist früher bemerkt worden. Untermösien ist die einzige durch die Sprachgrenze durchschnittene römische Provinz, in dem der Tomitanische Städtebund dem Griechischen, die Donaustädte wie Durastorum und Öskus dem lateinischen Sprachgebiet angehören. Im Übrigen gilt von diesem mösischen Städtebund wesentlich das Gleiche, was über Trakien bemerkt wird. Wir haben eine Schilderung von Tomis aus den letzten Jahren des Augustus freilich von einem dahin zur Strafe verbanden, aber sicher im Wesentlichen getreu. Die Bevölkerung besteht zum größeren Teil aus Gethen und Samaten. Sie tragen, wie die Daker auf der Trajan-Säule, Pelze und Hosen, langes, flatterndes Haar und den Bart umgeschoren, erscheinen auf der Straße zu Pferde und mit dem Bogen bewaffnet, den Köcher auf der Schulter, das Messer im Gürtel. Die wenigen Griechen, die unter ihnen sich finden, haben die barbarische Sitte angenommen, mit Einschluss der Hosen und wissen ebenso gut oder besser, getisch als griechisch sich auszudrücken, der ist verloren, der sich nicht auf getisch verständlich machen kann und kein Mensch versteht ein Wort lateinisch. Vor den Toren hausen räuberische Scharen der verschiedensten Völker und ihre Pfeile fliegen nicht selten über die schützende Stadtmauer. Wer seinen Acker zu bestellen wagt, der tut es mit Lebensgefahr und pflügt bewaffnet, war doch um die Zeit von Cäsars Diktatur bei dem Zuge des Buribister, die Stadt den Barbaren in die Hände gefallen und wenige Jahre, bevor jener Verbande nach Tomis kam, während der dalmatisch-pannonischen Insurrektion über diese Gegend abermals die Kriegsfurie hingebraust. Zu diesen Erzählungen passen die Münzen und die Inschriften derselben Stadt insofern wohl, als die Metropole des linkspontischen Städtebundes in der vorrömischen Zeit kein Silber geschlagen hat, was manche andere dieser Städte taten und das überhaupt Münzen wie Inschriften aus der Zeit vor Trajan nur vereinzelt begegnen. Aber im zweiten und dritten Jahrhundert ist sie umgewandelt und kann ziemlich mit demselben Recht eine Gründung Trajans heißen, wie das ebenfalls rasch zu bedeutender Entwicklung gelangte Makianopolis. Die früher erwähnte Sperrung in der Dobrutscher diente zugleich als Schutzmauer für die Stadt Tomis. Hinter dieser blühten da selbst Handel und Schifffahrt auf. Es gab in der Stadt eine Genossenschaft alexandrinischer Kaufleute mit ihrer eigenen Serapis-Kapelle in munizipaler Freigebigkeit und munizipaler Ambition steht die Stadt hinter keiner griechischen Mittelstadt zurück, zweisprachig ist sie auch jetzt noch, aber in der Weise, dass neben der auf den Münzen immer festgehaltenen griechischen Sprache, hier an der Grenze der beiden Reichssprachengebiete, auch die lateinische vielfach selbst auf öffentlichen Denkmälern angewendet wird. Jenseits der Reichsgrenze zwischen der Donaumündung und der Krim hatte der griechische Kaufmann die Küste wenig besiedelt. Es gab hier nur zwei namhafte griechische Städte, beide von Miletus aus ferner Zeit gegründet, Thürer an der Mündung des gleichnamigen Flusses des heutigen Gniestr und Olbier an den Busen, in welchen der Boristenes und der Hypanis fallen. Die verlorene Stellung dieser Hellenen unter den sie umdrängenden Barbaren in der Diadochenzeit sowohl wie während der Vorherrschaft der Römischen Republik ist früher geschildert worden. Die Kaiser brachten Hilfe. Im Jahre 56, also in dem musterhaften Anfang der neuronischen Regierung, ist Thürer zur Provinz Müsien gezogen worden. Von dem entfernteren Olbier besitzen wir eine Schilderung aus traianischer Zeit. Die Stadt blutete noch aus ihren alten Wunden, die elenden Mauern umschlossen gleich elende Häuser und das damals bewohnte Quartier füllte einen kleinen Teil des alten ansehnlichen Stadtringes, von dem einzelne übriggebliebene Türme weit hinaus auf dem Wüstenfelde standen. In den Tempeln gab es kein Götterbild, das nicht die Spuren der Barbarenfäuste trug. Die Bewohner hatten ihr Hellenentum nicht vergessen, aber sie trugen und schlugen sich nach Art der Sküten, mit denen sie täglich im Gefecht lagen. Ebenso oft wie mit griechischen Nennen sie sich mit skütischen Namen, das heißt mit denen, der den Iraniern verwandten sammatischen Stämme, ja im Königshause selbst ward, Saurumates ein gewöhnlicher Name. Ihr Fortbestehen selbst hatten diese Städte wohl weniger der eigenen Kraft zu danken, als dem guten Willen oder vielmehr dem eigenen Interesse der Eingeborenen. Die an dieser Küste sitzenden Völkerschaften waren weder im Stande, den auswärtigen Handel aus eigenen Emporien zu führen, noch mochten sie ihn entbehren, in den hellenischen Küstenstädten kauften sie Salz, Kleidungsstücke, Wein und die zivilisierten Fürsten schützten einigermaßen die Fremden gegen die Angriffe der eigentlichen Wilden. Die früheren Regenten Roms müssen Bedenken getragen haben, den schwierigen Schutz dieser entlegenen Niederlassung zu übernehmen. Dennoch sandte Pius, als die Sküten sie wieder einmal belagerten, ihnen römische Hilfstruppen und zwang die Barbaren, Frieden zu bieten und Geißeln zu stellen. Durch Severus, von dem an Olbia Münzen mit dem Bildnis der römischen Herrscher schlug, muss die Stadt dem Reiche geradezu einverleibt worden sein. Selbstverständlich erstreckte sich diese Annektierung nur auf die Stadtgebiete selbst und ist nie daran gedacht worden, die barbarischen Umwohner Thürers und Olbias unter das römische Scepter zu bringen. Es ist schon bemerkt worden, dass diese Städte die ersten waren, welche vermutlich unter Alexander den beginnenden Gutensturm erlagen. Wenn auf dem Kontinent im Norden des Pontus die Griechen sich nur spärlich angesiedelt hatten, so war die große aus dieser Küste vorspringende Halbinsel, die traurische Korsonesus, die heutige Krim seit langem zum großen Teil in ihren Händen. Getrennt durch die Gebirge, welche die Taurier inne hatten, waren die beiden Mittelpunkte der griechischen Niederlassung auf ihr, am westlichen Ende die dorische Freie Stadt, Heraklea oder Kersonesus, am östlichen das Fürstentum von Pantikapäern oder Bosporus. König Mithradates hatte auf der Höhe seiner Macht beide vereinigt und hier sich ein zweites Nordreich gegründet, das dann, nach dem Zusammenbruch seiner Herrschaft, als einziger Überrest derselben, seinem Sohn und Mörder Pharnakes verblieb. Als dieser während des Krieges zwischen Cäsar und Popeus versuchte, die väterliche Herrschaft in Kleinasien wieder zu gewinnen, hatte Cäsar ihn besiegt und ihn auch des Bosporanischen Reiches verlustig erklärt. In diesem hatte inzwischen der von Pharnakes da selbst zurückgelassene Stadthalter Asandros dem König den Gehorsam aufgekündigt, in der Hoffnung, durch diesen Cäsar erwiesenen Dienst, selbst das Königtum zu erlangen. Als Pharnakes nach der Niederlage in sein Bosporanisches Reich zurückkam, bemächtigte er zwar zunächst sich wieder seiner Hauptstadt, unterlag aber schließlich und viel tapfer verfechtend, in der letzten Schlacht als Soldat wenigstens seinem Vater nicht ungleich. Um die Nachfolge stritten Asandros, der tatsächlich Herr des Landes war, und Mithradates von Bergamon, ein tüchtiger Offizier Cäsars, den dieser mit dem Bosporanischen Fürstentum belehnt hatte. Beide suchten zugleich Anlehnung an die bisher im Bosporus herrschende Dynastie und den großen Mithradates, in dem Asandros sich mit der Tochter des Pharnakes Dynamis, vermählte Mithradates, einem pergamenischen Bürgerhaus entsprossen, ein Bastardsohn des großen Mithradates, Eupator, zu sein, behauptete, sei es nun, dass dieses Gerede die Auswahl bestimmte, sei es, dass es zur Rechtfertigung der Auswahl in Umlauf gesetzt ward. Da Cäsar selbst zunächst durch wichtigere Aufgaben in Anspruch genommen war, so entschieden zwischen dem legitimen und dem illegitimen Cäsarianer die Waffen, und zwar wieder zugunsten des Letzteren, Mithradates fiel im Gefecht und Asandros blieb Herr im Bosporus. Er vermied es anfänglich, ohne Zweifel, weil ihm die Bestätigung des Lehnherrn fehlte, sich den Königsnamen beizulegen und begnügte sich mit dem, auch von den älteren Fürsten, von Pantikapäon geführten Achonentitel, aber bald, wahrscheinlich noch von Cäsar selbst, erwirkte er die Bestätigung seiner Herrschaft und den königlichen Titel. Bei seinem Tode hinterließ er sein Reich, der Gemahlin Dynamis. So stark war immer noch die Macht der Erbfolge und des mithradatischen Namens, dass sowohl ein gewisser Skribonianus, der zunächst Asandros Stelle einzunehmen versuchte, wie nach ihm der König Polemon von Pontus, dem Augustus das bosporanische Reich zusprach, mit der Übernahme der Herrschaft ein Ehebündnis, mit der Dynamis verbanden, überdies behauptete, jener selber ein Enkel des Mithradates zu sein, während König Polemon bald nach dem Tode der Dynamis eine Enkelin des Antonius und somit eine Verwandte des Kaiserhauses heiratete. Nach seinem frühen Tode, er fiel im Kampfe gegen die Aspurgianer an der asiatischen Küste, folgten seine unmündigen Kinder ihm nicht und auch seinem gleichnamigen Enkel, denn Kaiser Gaius trotz seines Knabenalters im Jahre 38 in die beiden Fürstentümer seines Vaters wieder einsetzte, blieb das Bosporanische nicht lange. An seiner Stelle berief Kaiser Claudius einen wirklichen oder angeblichen Nachkommen des Mithradates Eupator und diesem Hause ist, wie es scheint, das Fürstentum von da an verblieben. Während im römischen Staat sonst das Klientelfürstentum nach dem Ausgang der ersten Dynastie schwindet und seit Trajanus das Prinzip des unmittelbaren Regiments im ganzen Umfang des römischen Reiches durchgeführt ist, bestand das bosporanische Königtum unter römischer Oberherrschaft bis in das 4. Jahrhundert hinein. Erst nachdem der Schwerpunkt des Reiches nach Konstantinopel verlegt war, ging dieser Staat in das Hauptreich auf, um dann bald von diesem aufgegeben und wenigstens zum größeren Teil die Beute der Hunnen zu werden. Indes ist der Bosporus der Sache nach mehr eine Stadt als ein Königreich gewesen und geblieben und hat mehr Ähnlichkeit mit den Stadtbezirken von Thürer und Olbier als mit den Königreichen Kappadokien und Numidien. Auch hier haben die Römer nur die hellenische Stadt Pantikapäon geschützt und grenzarworteilt Erweiterung und Unterwerfung des Binnenlandes so wenig erstrebt wie in Thürer und Olbier. Zu dem Gebiet des Fürsten von Pantikapäon gehörten zwar die griechischen Ansiedlungen von Teudosia auf der Halbinsel selbst und Phanagoria auf der gegenüberliegenden asiatischen Küste, aber Kersonesus nicht oder nur etwa wie Athen zum Sprengel des Stadthalters von Achaia. Die Stadt hatte von den Römern die Autonomie erhalten und sah in dem Fürsten den nächsten Beschützer. Nicht den Landesherrn, sie hat auch in der Kaiserzeit als freie Stadt niemals weder mit Königs- noch mit Kaiserstempeln geprägt. Auf dem Kontinent stand nicht einmal die Stadt, welche die Griechen Tanais nennen, ein lebhaftes Emporium an der Mündung des Don, aber schwerlich eine griechische Gründung, dauernd unter der Botmäßigkeit der römischen Linsfürsten. Von den mehr oder minder barbarischen Stämmen auf der Halbinsel selbst und an der europäischen und asiatischen Küste, südlich vom Tanais, befanden sich wohl nur die Nächsten in festem Abhängigkeitsverhältnis. Das Gebiet von Pantikapäon war zu ausgedehnt und besonders für den kaufmännischen Verkehr zu wichtig, um wie Olbier und Thürer der Verwaltung wechselnder Gemeindebeamten und eines weit entfernten Stadthalters überlassen zu werden, deshalb wurde es erblichen Fürsten anvertraut, was weiter sich dadurch empfahl, dass es nicht geraten scheinen mochte, die mit dieser Landschaft verknüpften Verhältnisse zu den Umwohnern unmittelbar auf das Reich zu übertragen. Als Griechenfürsten haben die des bosporanischen Hauses trotz ihrer achemenidischen Stammbaumes und ihrer achemenidischen Jahreszählung sich durchaus empfunden und ihren Ursprung nach gut hellenischer Art auf Herakles und die Eumulpiden zurückgeführt. Die Abhängigkeit dieser Griechen von Rom, der königlichen in Pantikapäon, wie der republikanischen in Kersonesus, war durch die Natur der Dinge gegeben und nie haben sie daran gedacht, gegen den schützenden Arm des Reiches sich aufzulehnen, wenn einmal unter Kaiser Claudius die römischen Truppen gegen einen unbotmäßigen Fürsten des Bosporus marschieren mussten, so hat dagegen diese Landschaft selbst in der entsetzlichen Verwirrung in der Mitte des dritten Jahrhunderts, welche vorzugsweise sie traf, von dem Reich, auch von dem Zerfallenden niemals gelassen. Die wohlhabenden Kaufstädte, inmitten eines barbarischen Völkergewoges, militärischen Schutzes dauernd bedürftig, hielten an Rom wie die Vorposten an dem Hauptheer. Die Besatzung ist wohl hauptsächlich in dem Lande selbst aufgestellt worden, und sie zu schaffen und zu führen war ohne Zweifel die Hauptaufgabe des Königs, des Bosporus. Die Münzen, welche wegen der Investitur eines solchen geschlagen wurden, zeigen wohl den kurulischen Sessel und die sonstigen bei solcher Belehnung üblichen Ehrengeschenke, aber daneben auch Schild, Helm, Degen, Streitaxt und das Schlachtross. Es war kein Friedensamt, das dieser Fürst überkam. Auch blieb der Erste derselben, den Augustus bestellte im Kampf mit den Barbaren, und von seinen Nachfolgern stritt zum Beispiel König Sarumates, des Römetalkes Sohn in den ersten Jahren des Severus mit den Sirakern und den Sküten. Vielleicht nicht ganz ohne Grund hat er seine Münzen mit den Taten des Hercles bezeichnet. Auch zur See hatte er tätig zu sein, vor allem das auf dem Schwarzen Meer nie aufhörende Piratenwesen niederzuhalten, jenem Sarumates wird gleichfalls nachgerühmt, dass er die Taurier zur Ordnung gebracht und die Piraterie gebändigt habe. Indes lagen auf der Halbinsel auch römische Truppen, vielleicht eine Abteilung der Pontischen Flotte, sicher ein Detachement der Müsischen Armee. Bei geringer Zahl zeigte doch ihre Anwesenheit den Barbaren, dass der gefürchtete Legionar auch hinter diesen Griechen stand. Noch in anderer Weise schützte sie das Reich, wenigstens in späterer Zeit sind den Fürsten des Bosporus regelmäßig Geldsummen aus der Reichskasse gezahlt worden, deren sie auch insofern bedurften, als das Abkaufen der feindlichen Einfälle durch stehende Jahrgelder hier in dem nicht unmittelbaren Reichslande wahrscheinlich noch früher stehend geworden ist als Andervo. Dass die Zentralisierung des Regiments auch diesem Fürsten gegenüber zur Anwendung kam und er nicht viel anders zu dem römischen Cäsar stand, wie der Bürgermeister von Athen tritt vielfach hervor. Erwähnung verdient, dass König Asandros und die Königin Dynamis Goldmünzen mit ihren Namen und ihrem Bildnis schlugen, dagegen dem König Polemon und seinen nächsten Nachfolgern wohl die Goldprägung blieb, da dieses Gebiet sowohl die anwohnenden Barbaren seit langem ausschließlich an Goldkoran gewöhnt waren, aber sie veranlasst wurden, ihre Goldstücke mit dem Namen und dem Bilde des regierenden Kaisers zu versehen. Ebenfalls seit Polemon ist der Fürst dieses Landes zugleich der Oberpriester auf Lebenszeit des Kaisers und des kaiserlichen Hauses. Im Übrigen behielten die Verwaltung und das Hofwesen die unter Mithradates eingeführten nach dem Muster des persischen Großkönigtums, obwohl der Geheimschreiber und der Oberkammerdiener des Hofes von Pantikapäon zu den vornehmen Hofbeamten der Großkönige sich verhielten, wie der Römerfeind Mithradates Eupator zu seinem Nachkommen Tiberius Julius Eupator, der wegen seines Anrechts an die bosporanische Krone in Rom vor Kaiser Pius Recht nahm. Wertvoll blieb dieses nordische Griechenland für das Reich wegen der Handelsbeziehungen. Wenn auch dieselben in dieser Epoche wohl weniger bedeuteten als in älterer Zeit, so ist doch der Kaufmannverkehr sehr rege geblieben. In der augustischen Zeit brachten die Stämme der Steppe Sklaven und Felle, die Kaufleute der Zivilisation Bekleidungsstücke, Wein und andere Luxusartikel nach Tanaes. In noch höherem Maße war Phanagoria die Niederlage für den Export der Einheimischen, Pantikapäon für den Import der Griechen. Jene Wirren im Bosporus in der klaudischen Zeit waren für die Kaufleute von Byzanz ein schwerer Schlag. Dass die Goten ihre Piratenfahrten im dritten Jahrhundert damit begannen, die bosporanischen Räder zur unfreiwilliger Hilfeleistung zu pressen, wurde schon erwähnt. Wohl infolge dieses den barbarischen Nachbarn selbst unentbehrlichen Verkehrs haben die Bürger vom Kersonesus noch nach dem Wegziehen der römischen Besatzungen sich behauptet und konnten später hin, als in justianischer Zeit die Macht des Reiches sich auch nach dieser Richtung hin noch einmal geltend machte, als Griechen in das griechische Reich zurücktreten.